Hey Leute, Matteo hier. Ich will euch gar nicht lange von der aktuellen Podcast-Folge abhalten, aber ich bin selber gerade vom Schichtdienst gekommen. Ich habe ein absolutes Mittagstief und gehe jetzt dann ins Training. Deswegen gibt es für mich erstmal einen schönen Scoop Galenicus. Kann ich euch nur ans Herz legen, vor allem an die Schichtarbeiter. Wie gesagt, ich kann es voll und ganz nachvollziehen. Mit dem Galenicus 1 Scoop, ihr habt einen mega Drive während dem Training. Der Fokus ist top und ihr habt einen mega geilen Pump. Deswegen zuschlagen, solange der noch im Shop ist und ihr werdet es nicht bereuen. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Stammgast-Episode des Galenicus Podcasts. Heute seit geraumer Zeit mal wieder mit der lieben Frau Doktor, die sich, wie ihr das kennt, euren Fragen annehmen wird, um beim einen oder anderen Thema Licht ins Dunkel zu bringen. Hoffe ich doch. Martina, erstmal vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen zurück im Galenicus Podcast. Ich bin gerne hier. Ich freue mich. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ich hoffe, du bist im Vollbesitz deiner geistigen Kräfte, weil ich glaube, so viele Fragen wie heute gab es noch nie. Okay, also das möchte ich nicht selbst beantworten, ob ich im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte bin, aber ich gebe mein Bestes. Ja, du wirst es unter Beweis stellen. Ich habe alles rausgeschrieben, was kam und dir durchgeschickt. Du hast nichts abgewunken und am Ende sind wir jetzt, glaube ich, bei mehr als 20 Fragen, wie ich das so sehe. Muss ich mich mal kurzfassen heute. Ja, du darfst auch lange. So lange, wie es dauert, dauert es. Gut. Das ist die Devise hier im Podcast. Wir haben auf jeden Fall einiges vor uns. Ich habe es mal nach Wissenschaft und, sagen wir mal, eigene Meinung sortiert. Das hast du vielleicht gesehen, als ich es dir durchgeschickt habe. Wir machen erst einen fachlichen Teil und dann den Rest hinterher, wo es darum geht, was du so an eigene Meinung. Wissenschaft kann ja auch mal so Interpretationssache sein, aber ja. Da bin ich ja anderer Meinung. Ich denke immer, wenn man sagt, es ist meine Meinung, man sollte ja immer sagen, es ist eigentlich der Body of Evidence, also das, was in der Wissenschaft gerade Kenntnisstand ist. Das kann sich auch von Tag zu Tag ändern, aber es sollte eigentlich nicht Meinung sein. Wir hoffen nicht, dass es sich von Donnerstag bis Montag ändert, der Stand der Wissenschaft. Also ich würde sagen, wir starten, dass wir nicht zu viel Gehirnkapazität mit Belanglosigkeiten verschwenden heute. Frage Nummer eins, wenn du ready bist. Zwar will hier jemand wissen, welchen Trainingsansatz, welche Trainingsphilosophie du einem Hobbysportlerns Herz legen würdest. Was macht wissenschaftlich am meisten Sinn? Ich hatte ja schon mal meine Meinung zur Trainingswissenschaft gesagt, die ist ja nicht so hoch. Aber am besten wir gehen mal an ein Fallbeispiel. Also jemand ist jetzt nicht mehr der blutige Anfänger, also der übt nicht mehr. Der ist schon der Technik mächtig und hat als Ziel auf jeden Fall Muskelaufbau, so viele Muskeln wie möglich. Also optimalerweise hätte er dann einen Coach. Da bin ich ja immer Fan von. Es gibt keinen anderen Sport, in dem man keinen Coach hat. Also ob man da jetzt Reiten geht oder Golf spielt, ohne Coach macht das kein Mensch. Und man kann von einem Fitnessstudio nicht erwarten, dass man da automatisch eine professionelle Betreuung kriegt. Ich meine, man bezahlt einen Mitgliedsbeitrag. Warum sollte ein professioneller Coach mit dabei sein, finde ich. Der Anspruch ist zu hoch. Okay, jetzt hat man die Wahl. Man kann sich YouTube-Videos angucken, wie auch immer. Da kann viel richtig sein, aber auch viel falsch. Erstmal würde ich sagen, okay, man hat wahrscheinlich eine Doppelbelastung, weil man noch kein Profi ist, zwischen mal mindestens Job und Training, wenn nicht gar noch Familie oder anderen Dingen. Und wenn man beginnt, dann ist man meistens noch nicht in der Lage, also mental alles auszuschöpfen, was geht. Der Körper ist wahrscheinlich schon einigermaßen fit, aber mental kann man noch nicht so arg über seine Grenzen gehen. Deswegen denke ich, die Regeneration des Nervensystems ist erstmal noch kein so großes Problem. Das kommt später. Deswegen würde ich mal sagen, lassen wir den mal dreimal in der Woche gehen. Wir wollen es da nicht übertreiben. Viele wollen ja dann gleich sechsmal oder siebenmal gehen, aber das ist dann oft nicht von langer Dauer. Sagen wir mal, der macht drei Trainingstage. Das muss ja nicht in der Woche sein, sondern der Muskel zählt ja keine Wochentage. Das kann ja dann auch wieder an einem anderen Tag beginnen, wenn man nicht festgefahren ist, ich gehe Montag, Mittwoch, Freitag. Und dann würde er möglicherweise tatsächlich mit einem Push-Pull-Legs oder Beine vielleicht beginnen. Das würde eine Zeit lang vielleicht funktionieren. Dann aber irgendwann wird er feststellen, dass man selbst Schulter und Brust nicht mehr gemeinsam trainieren kann, wenn man richtig fortgeschritten ist und intensiv trainiert, weil auch dann Brust und Schulter wahrscheinlich zu viel auf einmal ist. Und dann wird sich irgendwann mal ein Vierersplitt ergeben. Und ob man den jetzt an acht Tagen trainiert, an sieben Tagen oder keine Ahnung, wie man das macht, das ist in erster Linie der Regeneration geschuldet. Und wir gehen davon aus, dass das ein Hobbysportler ist, der noch andere Sachen erledigen muss. Und da wird wahrscheinlich ein bisschen Zeit vergehen. Und je weiter er in der Lage ist, auch Sachen bis zu Muskelversagen auszuführen, also tatsächlich bis zu Muskelversagen, desto mehr braucht das Nervensystem auch eben, um sich zu erholen. Woran merkt man das? Das merkt man, also Progression ist ja immer das Wichtigste. Also man muss sich steigern irgendwie, sonst hat man keinen Fortschritt. Das ist ganz klar. Ich sage das immer beim Rennen, wenn ich einen Marathon laufen will, dann muss ich auch, da fange ich mit einem Kilometer an und muss aber irgendwann auf die über 40 Kilometer kommen. Das heißt also, ich muss länger laufen können als vorher. Das ist im Krafttraining genauso. Ich muss mich auf irgendeine Art und Weise steigern. Sei es die Trainingsgewichte oder sei es die Wiederholung in einem Satz oder die Sätze in einer Übung. Wie auch immer, es muss eine Progression stattfinden. Und irgendwann kommt man auch mal auf diese Geschichte mit dem Muskelversagen und da wird es halt dann auch schon schwierig mit der Regeneration. Dann wird vielleicht von einem dauernd Brusttraining zum nächsten Brusttraining die Zeitspanne sich etwas verlängern. Daher kommen ja solche Sachen wie, man trainiert montags am Weltbrusttag, trainiert alle Brust. Also solche Sachen muss man dann in Betracht ziehen. Generell wäre es so, wenn man jetzt wieder die Wissenschaft einbezieht, die Proteinsynthese zur Reparatur dessen, was man angerichtet hat, willentlich in der Muskulatur, das wäre nach 24, spätestens 48 Stunden abgeschlossen. Das heißt, ich könnte dann schon wieder Brust trainieren. Aber wenn mein Nervensystem da nicht konform geht, dann werde ich halt schwächer. Also die Progression ist nicht mehr da, sondern die Trainingsgewichte werden weniger. Ich schaffe die Trainingsgewichte nicht mehr. Das wäre dann die Art von Übertraining, wie sie im Krafttraining stattfindet. Das müsste man dann anpassen. Wenn ich jetzt aber zu lange die Pausen auseinanderziehe, dann verhindere ich, dass ich optimal den Reiz für die Proteinsynthese schaffen kann. Und da muss ich ein gesundes Mittelmaß finden. Und deswegen wäre es ganz gut, wenn man so ein Minimum 10 Sätze pro Muskelgruppe pro Woche schaffen würde. Ob man die jetzt auf einmal oder zweimal verteilt, da streiten sich die Geister. Aber mindestens 10 Sätze pro Muskelgruppe in der Woche sollte man schaffen. Optimalerweise wahrscheinlich als Nicht-Profi macht man das in zweimal in der Woche. Jetzt mal angenommen, ich sollte wieder trainieren aufgrund der Proteinsynthese. Nehmen wir mal den Brusttag. Ich kann auch schon wieder, was das ZNS angeht. Ich kann aber eigentlich nicht, weil ich Muskelkater habe. Ja, da muss ich es verschieben. Okay. Also Muskelkater ist ja mal ein Zeichen dieser Entzündungsreaktion vom Körper. Die ist noch nicht abgeschlossen. Dann ist auch die Reparatur noch nicht abgeschlossen. Und da sollte man dann auch nicht rein trainieren. Also da muss man ja auch, es gibt ja so Pienzchen. Also wenn da noch so ein bisschen so ein Entspannungsgefühl ist, dann wird nicht trainiert. Und andere sagen, ja, ich bin Hardcore. Ich trainiere in den Muskelkater rein. Also beides ist nicht sinnvoll. Da wird man sicherlich aber mit der Trainingserfahrung im Laufe der Zeit hinkommen. Was kann ich dann mir erlauben? Wenn ich unverhältnismäßig viel Muskelkater habe, dann mache ich bei der Regeneration das falsch. Erster Fehler wäre, zu wenig Kohlenhydrate essen. Das ist der allererste Fehler, wenn man zu viel Muskelkater hat. Wenn man natürlich alles andere versorgt hat. Also Mineralien und so, da gehe ich immer, also Basics gehe ich immer von aus. Dann fehlt es meistens an Kohlenhydraten, die eben die optimale Regeneration einleiten. Und da kann man auch gucken, ob man da vielleicht ein bisschen höher gehen kann. Und ob dann der Muskelkater weg ist. Und was auch wichtig ist, bleibt bei den gleichen Übungen. Und variiert nicht ständig irgendeine fancy Übung aus, keine Ahnung was. Weil das erzeugt natürlich immer Muskelkater, wenn es ein ungewohnter Bewegungsablauf ist. Da kann man auch keine Progression messen. Das wäre so. Das ist das Wichtigste. Und man sollte Grundübungen auf jeden Fall einbauen. Man kann auch gerne Begleitübungen einbauen. Da kann man dann ein bisschen variieren. Das ist dann wahrscheinlich für den Spaßfaktor in erster Linie wichtig. Und man sollte so in dem Bereich, ich sage jetzt mal so 70 bis 80 Prozent vom One-Rep-Max trainieren ungefähr. Da bewegt man sich dann so zwischen 8 und 12 Wiederholungen. Das ist auch das, wo der Hypertrophie-Bereich ist. Und in dem Bereich sollte man sich ungefähr bewegen, wenn man Muskelaufbau haben möchte. Es geht auch in anderen Bereichen. Also man kann auch mit niedrigeren Intensitäten das hinkriegen. Da muss man dann aber mehr bis zum Muskelversagen gehen. Also je leichter ich trainiere, desto wichtiger wird das Training bis zum Muskelversagen. Und dann immer noch die Frage, muss ich das spüren? Also es gibt ja die Spürer. Und ja, muss man ganz klar sagen, alles was über 80 Prozent vom One-Rep-Max ist, also es ist weniger als 8 Wiederholungen, wenn man es jetzt mal in der Sprache ausdrücken möchte, alles was 8 Wiederholungen und weniger ist, da muss ich nicht mehr spüren. Da muss ich mich auf das Gewicht konzentrieren, auf die Ausführung konzentrieren. Und da muss ich die Muskeln nicht mehr spüren. Das ist Quatsch. Also ein Powerlifter, der einen Maximalversuch macht, der spürt nicht mehr in seinen Muskel rein. Wenn man jetzt irgendeine Schwäche hat, also nehmen wir mal an, der Bizeps wächst nicht, dann kann man natürlich versuchen, über ein leichteres Trainingsgewicht erstmal versuchen, diese Connection da herzustellen. Das ist sicherlich sinnvoll, aber wie gesagt, bei richtig schwerem Training kommt es darauf an, dass man es ordentlich ausführt. Und da muss man jetzt nicht zwingend, ich fühle meine Muskulatur. Vielleicht noch ganz kurz, wenn dich jetzt ein Athlet fragen würde, der sagt, Spaß spielt keine Rolle, mir macht alles Spaß, ich habe fünf Tage zu vergeben, ich bin relativ ausgeglichen, ich habe jetzt nicht die großen Schwachstellen. Wie würdest du rangehen, was den Split betrifft? Ich würde trotzdem bei einem Vierer-Split bleiben, weil ich es, zumindest wenn ich noch nicht Profi bin, nicht für zielführend achte, nur für Arme zum Beispiel nochmal extra ins Studio zu fahren. Ich glaube, dass man das gut kombinieren kann, entweder Rückenbizeps und Brustrizeps, das würde ich als Kombination gut finden. Oder wenn man sagt, ich kann das nicht hinten dranhängen, dann ist der schon so zu, dann mache ich eben Brustbizeps und Rückentrizeps und Schultern mit Bauch und die Beine eben mit Waden. Das würde ich, also das ist so ganz klassisch, auch oldschool von mir aus, aber das hat wirklich Sinn, wenn man das mal gemacht hat eine Zeit lang, dann spürt man auch, ob das für einen gut ist und man muss natürlich die Progression, muss man dokumentieren. Also es hilft da nichts, wenn man einfach so, ich habe heute mal das, heute mache ich mal das. Zu einer ordentlichen Trainingsplanung gehört auch immer eine Protokollierung. Brauche ich auch nicht mehr, wenn ich mal Profi bin, aber zu Beginn ist es ganz, ganz wichtig, dass ich mir die Wiederholungszahl, die Satzzahl, das Trainingsgewicht und die Progression aufschreibe. Anders geht es gar nicht. Beantwortet. Gehen wir weiter zur nächsten Frage. Kann man seinen kompletten Proteinbedarf nur durch EAAs decken? Beispielsweise fünfmal täglich einen Shake mit einer Mahlzeit bestehen aus größtenteils Kohlenhydraten, Fetten und Ballaststoffen. Also da will jemand quasi Reis mit ein bisschen Olivenöl und Gemüse und dann aber seinen EAA-Shake dazu trinken. Das fünfmal am Tag, viermal am Tag. Also ich tue jetzt mal so, als ob man all die anderen Sachen, die in den Proteinquellen drin ersetzen könnte. Dann ergibt sich immer noch folgendes Problem. Also man braucht ungefähr 13 Gramm EAAs, um eine Proteinquelle, ein Whey-Protein zu ersetzen zum Beispiel. Das heißt, er würde jetzt fünfmal am Tag, 13 Gramm EAAs, um die 60 Gramm. 65. 65. 65 Gramm mal vier. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich als alter Mathe-Stümper jetzt da noch aushelfen kann. Mal vier, irgendwas zwischen 250 und 270 Kalorien. Also wir überschlagen grob. Bitte nicht festnageln. Ich überschlag immer nur grob. Jetzt sitzen Sie jetzt mit dem Taschenrechner und sagen, ja, lass, ich verrechne es. Das ist aber nicht genau richtig. Also ich überschlag immer grob. Da sind meine Klienten auch immer schockiert, wenn das dann nicht genau rauskommt hinten. Aber es geht ja nur ums Prinzip. Das sind so 260, 70 Kalorien von mir aus. So. Was soll in dem sein Tagesbedarf sein? Was würdest du sagen, was der als Tagesbedarf an Kalorien hat? Ist das sicherlich ein Mann, der das fragt? Der hat vielleicht 3000 Kalorien, sagen wir mal, als Tagesbedarf. So, jetzt ziehen wir die 270 Kalorien ab. Dann bleiben noch 2700 irgendwas Kalorien übrig. Und die isst der jetzt in Fett und Kohlenhydraten. Sagen wir mal, er ist richtig gut dabei und hat 100 Gramm Fett. Das ist ja so das, was man so üblicherweise maximal empfehlen würde. Und kommen auch noch mal 1000 weg. Und dann frisst der 400 Gramm Kohlenhydrate. Ja, das möchte ich mal sehen, wie der die verbraucht. Also da ist einfach, da sind zu viele Kalorien übrig, um in einer guten Form zu sein. Eiweiß sättigt wunderbar. Eiweiß hat einen hohen, also bei der Verbrennung verbrennt es ein kleines bisschen mehr Kalorien bei der Verdauung als die anderen. Also langfristig, glaube ich, wird das in einer sehr ungünstigen Körperform enden. Außer ihr werdet natürlich Triathlet oder Extrem-Ausdauersportler und verbraucht auch die 400 Kalorien, die 400 Gramm Kohlenhydrate. Das glaube ich aber nicht. Das sind einfach, das wäre mein Hauptproblem bei der ganzen Geschichte. Es bleiben zu viele Kalorien, die man in Fett und Kohlenhydraten anlegen muss. Jetzt gehen wir mal in die Diät. Du hast weniger Kalorien, die du essen musst. Aber ich finde halt auch, also ich bin so jemand, das ist jetzt wieder so Voll-Hobby-Sportler und mir geht es ja dann darum, dass ich satt werde. Ich verzichte dann teilweise auf Kohlenhydrate zugunsten von Protein, weil es mich einfach viel mehr sättigt. Esst dann lieber 500 Gramm Fleisch statt 350 und dann halt noch irgendwie Reis dazu, weil das ist ja das Eingeatmet zu ein bisschen Reis und ein bisschen satt davon. Also das weiß man auch an Nichtsportlern. Also wenn man normalo Menschen von ihren 15 Prozent Protein, die die Fachgesellschaften maximal vorschlagen, wenn man denen 30 Prozent Protein gibt, also von ihren Kalorien, ohne dass die sonst Kalorien zählen müssen, dann sparen die so viele Kalorien ein, dass die langfristig dauerhaft an Gewicht verlieren. Ohne Kalorien zählen. Einfach nur, wenn man das Eiweiß verdoppelt in der Ernährung, weil sie einfach weniger Hunger haben, weil das Eiweiß besser sättigt, die Muskulatur wird besser gehalten und alleine zum Beispiel ein Frühstücksei. Das verhindert, dass man, wenn man nach Hunger und Sättigung isst, beim Mittagessen mehr Kalorien nimmt als nötig. Warum soll ich mir das wegnehmen? Und dann trinke ich die EAAs, die nichts bewirken im Körper. Also das halte ich für eine wirklich ungute Idee. Auch sehr theoretisch. Ja, sehr theoretisch. Funktioniert in der Praxis. Ich kenne keinen Menschen, der auf so eine Idee kommen würde. Ich meine, ich kann mal einen Notfalltag haben, wo, wenn ich an der Arbeit, weiß ich, komme nicht zum Essen und so und dann habe ich das halt kalt dabei und dann trinke ich halt wenigstens meine EAAs zwischendrin oder ich kriege halt da nur ein belegtes Brot oder keine Ahnung. Solche Geschichten vielleicht. Aber jemand, der ernsthaft Sport betreibt, der würde auf so eine Idee nicht kommen. Ich meine, Manuel Bauer hätte das mal gemacht, zumindest teilweise seine Proteinquellen durch EAAs zu ersetzen, aber auch der wird das nicht nur gemacht haben. Ja, und da kommt es drauf an. Also wenn du zum Beispiel mal deinen Magen-Darm-Trakt richtig versaut hast und du hast ein Problem mit der Proteinverdauung, weil deine Magensäure nicht mehr vorhanden ist oder du Säureblocker nehmen musst, dann, das sind ja Sonderfälle, dann kann man den Magen mal entlasten und kann man eine Zeit lang solche Sachen machen. Das habe ich auch schon mal jemandem empfohlen, der so extreme Probleme hatte, zu viel Fleisch gegessen hatte über lange Zeit, den Magen zerschossen hatte. Andere Gründe kamen auch noch dazu. Und da haben wir gesagt, jetzt machst du mal, das war ein Powerlifter, jetzt isst du mal nur Kohlenhydrate, weil der war eine Wettkampfvorbereitung auf Powerlifting-Wettkampf. Jetzt isst du mal nur Kohlenhydrate und das bisschen, was du an Eiweiß brauchst, damit der Magen nicht noch mehr verrückt spielt. Das nimmst du in EAAs, was nicht mehr verdaut werden muss. Oder ein Weihydrolysaat, was schon vorgespalten ist. Das kann man mal machen, aber das sind ja Sonderfälle. Man sieht auch da nicht nur irgendein Video angucken und sich denken, ah, das hört sich ja eigentlich ganz toll an, weil die meisten Leute, die das machen, die haben irgendeinen Missstand, irgendeine Sondersituation. Und das, ich weiß nicht, die werden das ja auch sagen. Also ich erinnere mich da an ein Manuel-Bauer-Video auf Team Andro noch auf der Videoplattform, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob das je auf YouTube kam. Da hat er das, glaube ich, mal gesagt. Aber der wird auch dazu erklärt haben, was das Problem dabei war. Das ist immer so eine Sache. Ja, der Manuel-Bauer hat gesagt. Also der Manuel-Bauer, das ist ein Mensch, den ich sehr, sehr schätze für sein Wissen. Und der hat bestimmt eine tolle Begründung dafür geliefert, warum er das gemacht hat. Sehr, sehr nachvollziehbar. Und wahrscheinlich wird er auch nicht generell hergehen und sagen, ersetzt all eure Proteinquellen gegen EAAs. Einfach so. Ja, ich weiß, wo das herkommt. Also ich kann mir vorstellen, wo das herkommt, weil ich weiß das auch. Ich weiß aber den Grund nicht mehr. Aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, das so zu machen. Ich würde vorher vielleicht nochmal nach dem Video gucken. Dann hat er gesagt, keine Ahnung, ich habe über meine Wettkampfzeit jeden Tag irgendwie 1500 Gramm Fleisch gegessen. War vielleicht ein bisschen zu viel. Ja. Hab mich wieder resettet. Ja, genau. Die machen ja auch immer solche, nach dem Wettkampf, solche Entgiftungsphasen zum Beispiel, wo man auf solche Sachen verzichtet. Das wäre was. Also ich sage zum Beispiel bei den Mädels immer, wenn sie sparen müssen, man kann auch mal einen Whey-Shake weglassen. Das sind 180 Kalorien. Und die EAAs 13x4, du hast eben gesagt 65. Nein, 13x5. Ach nee, genau. Das war ja 13x4, war ja nur für eine Portion. Das Protein, ja. Wir rechnen nicht mehr heute. Aber das würde einen Whey-Shake ersetzen, wenn es mal ganz knapp wird mit den Kalorien. Das kann man schon mal machen. Aber das ist ja nichts, was man jetzt als Empfehlung rausgeben würde für einen Klienten. Kein dogmatischer Trainingsplan, Ernährungsplan. Nein. Wieder sehr theoretisch, in der Praxis nicht nachmachen. Wir gehen zur nächsten Frage. Hier will jemand wissen. Ist es möglich, dass man jedes Mal nach der Kreatineinnahme viel Wasser lassen muss? Habe das Gefühl, meine Speicher sind voll und mein Körper scheitert alles wieder aus? Ja, da brauchen wir gar nicht lange fühlen. Da lässt man einmal mal ein Blutbild machen und dann sieht man, wie hoch der Kreatininwert ist. Das ist gut möglich. Also Kreatin, die Kreatinaufnahme wird dadurch begrenzt, ob der Kreatinspeicher in der Muskelzelle schon voll ist. Wenn der Speicher voll ist, dann wird der Kreatintransporter an der Muskelzelle nach innen eingelagert und es wird kein Kreatin mehr aufgenommen. Und dann wird das abgebaut zu Kreatinin. Und das ist übrigens dann auch der Fall, wo man von Kreatin Wasser unter die Haut ziehen kann. Wenn man sehr, sehr viel Kreatinin im Blut hat, das kann dann nämlich aus den Blutgefäßen unter die Haut zickern. Also da kann man tatsächlich seine Form auch mit verschlechtern. Also doch kein Mythos. Also das ist schon ein Mythos, weil das Wasser geht ja normalerweise in die Muskelzelle rein. Man zieht Wasser aber in die Muskelzelle. Nur wenn man sehr hoch dosiert und die Speicher voll sind, das Kreatinin hat die Möglichkeit, das Kreatinin, das Abbauprodukt, wenn es in einer sehr hohen Konzentration im Blut vorkommt, kann das durch die Blutgefäße ins Gewebe sickern. Das war in den Ladephasen oftmal ein Problem. Wenn man so 20 Gramm über mehrere Tage genommen hat, im Powerlifting und so. Aber da kam es ja nie auf die Form an. Das passiert nicht, wenn man drei oder fünf Gramm oder so nimmt. Und die Person, die das fragt, die soll einfach mal ihr Blut untersuchen lassen. Und wenn der Kreatinin-Spiegel da sehr hoch ist, dann weiß sie, dass das Kreatin nicht aufgenommen wird. Ist im großen Blutbild dabei, Kreatinin, ja, oder? Das kommt von Arzt zu Arzt drauf an. Das ist aber ein Wert, der völlig ohne Probleme gemessen wird von jedem Arzt. Nierenfunktion. Was wird derjenige wohl machen? Zu viel Kreatin nehmen oder mehr Kreatin nehmen, als er benötigt? Die Speicher schon gefüllt haben. Wenn man jetzt nicht zum Arzt will, vielleicht einfach mal statt alle, jeden Tag, alle fünf Tage, nur fünf Tage die Woche Kreatin nehmen, weniger nehmen? Ja, und weniger nehmen. Drei Gramm reichen aus, um die Speicher zu erhalten. Mhm. Ja. Okay. Können wir direkt weitermachen. Hier schreibt jemand, man liest bzw. hört immer, dass man in einer Diät Muskeln verliert, wenn man nicht genug Proteine zu sich nimmt. Von wie viel Verlust redet man da? Ist die verlorene Muskelmasse schneller wieder da, dank Memory-Effekt, als Muskelmasse, die man gänzlich neu aufbauen muss? Kommen wir erstmal zum zweiten Teil. Die verlorene Muskelmasse ist schneller wieder da, wenn man wieder im Überschuss ist, weil die Satellitenzellen, die durch das Training eingelagert worden sind, die werden ja nicht abgebaut. Es wird ja nur das Protein abgebaut. Und die Satellitenzellen und die Mitochondrien, die vermehrt gebildet worden sind und die Ribosomen, die vermehrt gebildet worden sind, also alles, was da an Zellstrukturen vermehrt gebildet worden ist, das geht nicht verloren. Und das wird, wie wenn man ein Bein in Gips hatte, wenn der Gips abkommt ohne besonderes Training, wird das Bein wieder genauso dick wie das andere. So ist es da auch. Also, das ist kein Problem. Warum wird jetzt Protein abgebaut? Wenn man eine kalorienreduzierte Diät macht, ganz besonders, wenn man zu wenig Kohlenhydrate hat. Und hier wieder der Hinweis, es gibt keinen Grund, den Sportlern einfach ihre Kohlenhydrate wegzunehmen. Das ist eine völlig blödsinnige Idee und die kommt daher, weil man bei Normalos gute Erfolge hat mit Kohlenhydratreduzierten Ernährungsformen. Kohlenhydratreduziert, die kriegen sie auch nicht weggestrichen. Kohlenhydratreduziert, warum? Weil die alle zu viel Kohlenhydrate essen für ihren sitzenden, bewegungslosen Lebensstil. Da hat man gesehen, okay, wenn man normalos weniger Kohlenhydrate gibt, dann nehmen die an Gewicht ab. Ja, die kriegen einfach nicht mehr zu viel zu essen und die guten Lebensmittel fallen weg. Das hat nichts mit dem Sport zu tun. Der Sportler braucht seine Kohlenhydrate. Jetzt können wir uns überlegen, das Gehirn, das braucht 120 Gramm Kohlenhydrate. Auch wenn es einem in der Diät so vorkommt, als ob das nicht mehr arbeitet, es arbeitet weiter. Es braucht weiterhin mindestens 120 Gramm, vielleicht sogar 150, aber wir gehen mal von niedrig aus. Also diese 120 Gramm, die kann ich entweder mit der Nahrung zuführen oder der Körper muss diese 120 Gramm selber machen. Das kann die Leber und die Niere auch. Im fortgeschrittenen Hunger macht die Niere da auch mit. Das heißt Gluconeogenese, Glucoseneubildung aus was? Aus Laktat. Das haben wir aber nicht mehr, weil wir haben ja keine Glucose, die wir zu Laktat abnehmen. Aus dem Glycerin. Das ist der Abbau von Fetten. Glycerin kann man so ein bisschen machen, wenn wir im Fettabbau sind, aber das reicht nicht aus. Und jetzt kommt das Problem. Jetzt werden Proteinstrukturen abgebaut, weil es Aminosäuren gibt, die man zur Glucoseherstellung nehmen kann. Am allerliebsten Alanin, aber es gibt auch noch ein paar andere Aminosäuren, die da gerne genutzt werden. Und jetzt, das Gehirn braucht weiter und die Erythrozyten und noch ein paar andere, die brauchen ihre Glucose. Der Körper stellt das her aus Aminosäuren. Jetzt wird Immunprotein abgebaut, deswegen steigt die Infektanfälligkeit und Muskelprotein. So, jetzt haben wir uns aber noch nicht bewegt. Und trotzdem müssen wir die 120 Gramm voll machen. Und jetzt sagt der Coach, okay, du kriegst nur noch 60, 70 Gramm. Morgens machst du Cardio. In der Fettverbrennungsphase, da passiert nichts, wenn man es einfällt. Dann machst du ein Krafttraining. Im Krafttraining, wenn man da ordentlich Gas gibt, dann wissen wir alle, dass wir da mit Fettverbrennung, also mit Fett zur Energiebereitstellung uns schwer tun. Da werden wir Kohlenhydrate brauchen. Und danach machst du nochmal einen Hit. Dafür brauchen wir zwangsläufig Kohlenhydrate. So, wo kommen denn die jetzt her? Der Muskel selber braucht für die schnelle Energiebereitstellung im Muskel selber die BCAAs. Die werden direkte Muskel verbrannt. Aus denen wird keine Glucose gemacht. Muskelprotein wird abgebaut für die Energiegewinnung im Muskel. Die anderen Aminosäuren gehen in die Leber. Und jetzt haben wir im Training mehr Muskelabbau, als wir eigentlich wollten. So, das können wir nur verhindern, wenn wir mehr Protein zuführen, als wir gebraucht haben, als wir noch im Kaloriengleichgewicht oder im Überschuss waren. Und deswegen muss man in der Diät mehr Protein zuführen. Man sagt so ungefähr 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht mehr. Steigt der Bedarf an im Vergleich zum Normalzustand. Das sind die Aminosäuren mitgerechnet, die dann in Zucker umgewandelt werden, in Glucose umgewandelt werden. Ja. Und einfacher wäre es, man würde sich überlegen, okay, mein Sportler, der hat die und die Sporteinheit, da verbraucht er vielleicht 300-400 Kalorien. Die 400 Kalorien sind Kohlenhydrate. Da gebe ich ihm mindestens mal nochmal 100 Gramm Kohlenhydrate dazu, zu den 120 Gramm fürs Gehirn. Da gebe ich ihm mal mindestens 250 Gramm Kohlenhydrate. Dann wird er auf der sicheren Seite. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo die Kohlenhydrate so niedrig werden, dass es dann besser ist, wenn man gar keine Kohlenhydrate mehr gibt. Weil dann stellt der Körper auf Ketonkörperverwertung um. Und dann kann der Muskelketonkörper nutzen, der braucht keine Aminosäuren mehr abbauen. Und das Gehirn kann 75 Prozent seiner Energie auch aus Ketonkörpern. Da braucht man nicht mehr so viel Eiweiß abbauen für das bisschen Glucose, was das Gehirn braucht. Deswegen, wenn man zu wenig Kohlenhydrate hat, dann macht es Sinn, gleich ketogen zu machen. Ich sage immer, zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Aber seid nicht so geizig mit den Kohlenhydraten bei euren Klienten. Die verbrauchen sie doch. Streich lieber was anderes weg. Und was ganz, ganz großer Blödsinn ist, jemandem 4 Gramm Eiweiß zu geben und dafür nur 80 Gramm Kohlenhydrate. Ihr lernt dem Körper nur, die Stoffwechselwege anzuschalten, mit denen er aus Aminosäurenzucker macht. Glucose, Blutzucker. Das ist Blödsinn. Also die Frage zu beantworten, von wie viel Verlust man da redet, sowieso sehr, sehr, sehr schwer zu beantworten, pauschal. Und dann kommt es halt immer darauf an, wie viel Schindluder treibt man, wie hoch ist Defizit, wie viel zu wenig Eiweiß hat man. Genau, wie viele Muskeln hat man, wie hoch ist die Intensität im Training. Und man kann sagen, man braucht also für eine Glucose braucht man zwei Pyruvate, das sind zwei C3-Körper. Und dafür braucht man jede Menge Aminosäuren. Das ist eine Negativbilanz. Wer das jetzt genauso wenig verstanden hat wie ich, der isst am besten einfach genug Protein und genug Kohlenhydrate in seiner Diät. Hört da nicht so genau hin, esst einfach ein bisschen mehr von beiden und dann seid ihr auch auf der sicheren Seite. Esst einfach mehr Kohlenhydrate, dann passiert das erst gar nicht. Beantwortet. Nächste Frage. Was erachtest du sinnvoller im Hinblick auf Muskelaufbau? Viele Bodybuilder machen ja extrem High Carb und Low Fat. Jetzt sind wir genau da. Wäre Moderat Carbs und etwas High Fat nicht besser? Das ist sicherlich vom Stoffwechseltyp abhängig. Also wir sind ja jetzt im Überschuss. Im Überschuss sollte man ja von allem genug haben. Das wäre ja immer unbedingte Voraussetzung. Und man sollte auf jeden Fall mal genug Kohlenhydrate haben. Ich glaube gar nicht, dass alle Bodybuilder High Fat und Low Carb machen. Das glaube ich gar nicht. Aber das würde... Low Carb, äh nee. Äh, High Carb und Low Fat. Low Fat und High Carb. Das glaube ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, das hat sich inzwischen schon ein bisschen verändert, dass man da mit dem Fett auch ein bisschen höher geht. Aber das ist sicherlich vom Stoffwechseltyp abhängig. Ich habe früher immer gesagt, und das würde ich auch heute wiederholen, dass je besser die Genetik ist, die jemand hat für den Bodybuilding-Sport, desto mehr Kohlenhydrate kann der essen. Das sieht man immer bei den Leuten, die ja, kiloweise Kohlenhydrate essen können, ohne zu verfetten. Das sind die, die am Ende auch Mr. Olympia werden können. So Dennis Wolf beispielsweise. Ja, genau. Und die, bei denen man schon in frühen Zeiten, wenn die in der Auffahrfassung sind, gucken muss, oh, wenn die zwei Gramm Kohlenhydrate zu viel kriegen, dann auch verfetten die mir, ah, da muss ich wieder runtergehen mit den Kohlenhydraten, mit dem Fett ein bisschen hochgehen, wenn man da schon arg jonglieren muss. Ja, die können ein guter Amateur vielleicht werden, aber die werden es niemals zu Mr. Olympia schaffen. Aber was machen wir jetzt? Irgendwann ist zu viel Protein, weil dann macht er sowieso wieder über Gluconeogenese Kohlenhydrate draus. Kohlenhydrate kann man auch nicht unendlich machen eigentlich, weil du brauchst es, du brauchst es rein theoretisch nicht, um deinen Lifestyle zu füttern sozusagen. Man kann aber ja jetzt auch nicht irgendwann so, also man sollte ja so ums Training rum zumindest die Fette gering halten. Genau. Was soll ich dann machen? Ja, soll ich jetzt zum Abendessen 100 Gramm Fett in die Mahlzeit packen oder sowas? Könnte man ja rein theoretisch machen, wenn es in die Kalorienbilanz passt, sollte ja nichts passieren. Nein, da passiert nichts. Ich würde immer so bei 2,5 Gramm Eiweiß mal beginnen. Man kann auch höher gehen, wenn man muss. Also ich würde nicht über 3,5 Gramm gehen, aber so 2,5 Gramm. Und dann würde ich mal so mindestens bei 1 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht, aber mindestens 100 Gramm. Das haben wir schon ganz schön Kalorien. Und dann guckt man eben, was für eine Aktivität hat der. Kohlenhydrate nach Aktivität. Wenn der viel sitzt, einen Bürotop hat, kriegt der deutlich mehr Fett. Wenn der schon tagsüber körperlich aktiv ist, kriegt der deutlich mehr Kohlenhydrate. Und dann gibt es nochmal eine ordentliche Portion Kohlenhydrate fürs Training. Und wenn der gut läuft. Im Training, Intra meinst du? Also fürs Training, also dazu gerechnet auf diesen Kalorienbedarf. Achso, okay. Wenn der richtig gut trainiert und viel Muskeln hat, dann kann man dem am Tag ruhig auch mal 400 Gramm Kohlenhydrate geben. Das sind ja auch schon wieder mal 2.000 Kalorien. 1.600. Und dann hat er noch 1.000 Kalorien aus Fett. Und dann hat er noch, wenn er 100 Kilo wiegt, hat er nochmal 250, auch nochmal 1.000 Kalorien aus Eiweiß. Aber das ist aber schon realistisch. Und da kommt man mit nichts irgendwie in irgendwelche großen Extreme rein. Das, glaube ich, ist ganz gut. Also erst mal das Eiweiß abdecken, dann das Fett abdecken und dann Kohlenhydrate. So würde ich es immer machen. Und dann aufpassen, leichten Kalorienüberschuss, so 300 bis 500 Kalorienüberschuss. Und dann gucken, wenn es zu schnell Fett wird, dann mit dem Kohlenhydraten ein bisschen runtergehen und mit dem Fett ein bisschen hochgehen. Das wäre so meine Strategie. Nächste Frage. Hier fragt jemand, könntest du nochmal für Dummies den Zusammenhang von Insulin und dem körpereigenen Cholesterinspiegel erklären? Hier schreibt jemand nochmal. Also hast du das vielleicht schon mal irgendwo kundgetan? Ja, wir haben schon mal drüber gesprochen, dass man gar kein Cholesterin essen muss, um Cholesterin zu bilden. Ja. Ja, es ist ganz einfach. Das Cholesterin wird ja zum Beispiel in der Leber gebildet und die Enzyme, das sind ja die, die die Arbeit machen und die Hormone sind die, die kommandieren, was gemacht wird. Und die Enzyme für die Cholesterinsynthese, die werden vom Insulin angeregt. Das heißt, immer wenn ich einen hohen Insulinspiegel habe, dann findet Cholesterinsynthese in der Leber statt. Das heißt, automatisch, wenn ich viel Kohlenhydrate esse, habe ich auch viel Cholesterinsynthese. Und man braucht als Bausteine für das Cholesterin überhaupt gar kein Cholesterin essen, auch gar kein Fett essen. Selbst die Bausteine fürs Cholesterin kann man alles aus dem Abbau der Kohlenhydrate kriegen. Also theoretisch, wenn ich einfach nur eine Kohlenhydratmast habe, habe ich das Insulin als Steuerhormon und ich habe die Bausteine, aus denen ich Cholesterin aufbauen kann. Und deswegen, wenn ich den Cholesterinspiegel senken will, ist es wichtig, dass die Kohlenhydrate runtergehen und die gesättigten Fette runtergehen und gar nicht das Cholesterin. Das ist das Wichtige dabei. Ein kurzer Rundumschlag, wie gewünscht. Hi zusammen. Ganz kurze Unterbrechung an der Stelle. Ich möchte die Pause heute gerne nutzen, um euch eins meiner Favorite-Produkte vorzustellen. Und zwar geht es um unseren Galenicus Pump Booster. Dieser enthält sinnvoll dosierte, aufeinander abgestimmte Wirkstoffe, die dein Training auf jeden Fall aufs nächste Level bringen. Wenn du den Pump Booster einnimmst, erhältst du nicht nur einen brutalen Pump in deinem Training, wo du denkst, du platzt gleich. Also mir geht zum Beispiel so, mir reicht nämlich auch eine halbe Portion. Sondern er schmeckt auch super lecker, fruchtig wie ein Saft und meiner Meinung nach mit einem super Vorteil ist, dass er keinerlei Stimulanzchen enthält. Also er ist nicht wie ein Pre-Workout Booster, der dich mit Koffein vollballert, sondern er enthält, wie gesagt, wirklich überhaupt keine Stimulanzchen. Das heißt, du kannst ihn auch spätabends oder nachts oder wann auch immer du ihn nehmen möchtest, nehmen, ohne dass du deinen Schlaf negativ beeinflusst. Ich liebe es. Es ist, wie gesagt, eines meiner Favorite-Produkte von uns. Und probiere ihn gerne mal aus, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß weiterhin bei der Folge. Nächste Frage. Inwieweit hängt das Bewegen von schweren Gewichten mit Muskelwachstum zusammen? Kann ein eher schwacher Athlet trotzdem eine große Muskulatur aufbauen, wenn er relativ zu seinen Kraftwerten ebenso schwer und oft trainiert wie ein eher starker Athlet? Das ist schwierig zu beantworten. Ich würde natürlich sagen, es ist alles immer relativ und der Muskel weiß ja nicht, wie viel Gewicht dran hängt. Also wenn man natürlich es schafft, immer eine Progression zu erzeugen und wenn die Gewichte schwer sind, also die Last auf der Muskulatur schwer ist, dann sollte man auch ein Muskelwachstum erzeugen können. Also man muss, also man ist ja nicht Powerlifter. Also es geht ja nicht darum, dass man möglichst schwere Gewichte bewegt, sondern im Bodybuilding geht es darum, dass man das Gewicht dem Muskel möglichst schwer macht. So würde ich es formulieren. Und es ist nicht zwingend, dass man dafür sehr hohe Gewichte bewegen muss, weil dann steigt ja auch das Verletzungsrisiko. Also aber, das habe ich auch bei unseren Klienten. Wir haben welche, die erzählen mir, dass sie 40 Kilo Kreuzheben nicht machen können. Männer, weil es zu schwer ist. Da weiß ich genau, aus dem wird kein Bodybuilder. Ich meine, das ist ja klar. Also es gibt so einen bestimmten Bereich, den sollte man als Mann schon auch hinkriegen, wenn man Muskelwachstum erzeugen will. Weil dann, denke ich, fehlt es im Kopf. Also das mentales Problem. Ah, das ist weh und das, ah, das ist so schwer. Schwere Gewichte, da muss man sich dran gewöhnen. Man kann auch schwere Gewichte einfach mal nur rausheben oder nur mal rausdrücken, um zu fühlen, wie es sich anfühlt, damit man die Angst davor verliert. Boah, wie hieß denn das? Ich habe da mal irgendwas gelesen. Heißt das Gammaspindel? Ach, puh. Sag dir das was, dass wenn du quasi, wenn du quasi Bankdrücken machst beispielsweise und du hebst einfach mal zehn Prozent mehr raus und hebst es dann wieder rein und machst wieder runter und machst dann deinen Arbeitssatz. Dann im Muskel gibt es wohl was, was ich, keine Ahnung, Gammaspindel genannt. Ja. Ja, das klappt hervorragend. Du legst ein schweres Gewicht auf, hebst es raus, hältst es kurz, legst es zurück. Reimend sozusagen vorbereiten. Ja, und dann drückst du es raus. Jetzt weiß ich mal mehr, mehr Fachbegriffe als nur, siehst du mal. Ja, aber das funktioniert. Das ist nachher noch falsch. Stimmt nachher nicht mal. Ja, ist doch egal. Aber das funktioniert. Und deswegen, also ich glaube, wenn jemand überhaupt gar keine Bereitschaft hat, sich durch diese schweren Gewichte durchzuquälen, dann wird es auch im Bodybuilding nichts. Was nicht heißt, dass man nur dann dicke Muskeln kriegt, wenn man extrem schwer macht. Aber man muss schon Gewicht auflegen. Ja, jetzt gehen wir mal davon aus, ich weiß schon, was derjenige meint. Es gibt zwei Athleten, die essen gleich, die haben irgendwie dieselbe Intensität, die haben auch dieselbe Ausführung, aber für den einen ist 100 Kilo Bankdrücken schwerer als für den anderen, genetisch. Keine Ahnung, aus irgendeinem Grund. Aber wenn das alles gleich schwer ist und sich gleich anfühlt für den Muskel und der eine braucht halt 120, der andere braucht 110, dann kann der genauso viel Muskel aufbauen. Weil es geht nur da, ist eigentlich egal, was drauf ist, du siehst es gar nicht, sondern es muss einfach schwer sein. Und die Progression muss drin sein. Die Progression muss drin sein, dann geht das. Ja, da bin ich fest von überzeugt. Also das ist ganz sicher. Dann wird das damit schon beantwortet, weil ich glaube, mehr wollt ihr gar nicht wissen. Das geht. So, auch eine lustige Frage. Hier will jemand wissen, wie wichtig ist es, Reis vor dem Kochen zu waschen? Ja, das liegt am Arsen. Und Reiswaffeln führt drin, oder? Ja, genau. Reis. Also Reis kann man ja waschen, aber wie ist es denn mit den Reiswaffeln und dem Reismiel? Reismiel wird ja quasi gewaschen und bläht sich dann auf. Also das Bundesamt für Risikobewertung, die sagen, dass das Risiko jetzt nicht so extrem ist. Aber, ich habe mir mal die Zahlen angeguckt, für unsere Bodybuilding-Klientel, die ja nicht nur einmal in der Woche eine kleine Portion Reis essen, sondern die täglich größere Mengen Reis essen, würde es sich schon empfehlen, den Reis zu waschen. Also, bevor man den kocht, in eine große Menge Wasser, das Wasser abschütten und dann in einer großen Menge Wasser kochen und das dann auch wieder abschütten. Das reduziert auf jeden Fall den Arsen-Gehalt deutlich. Und hier wieder mein Hinweis, ich bin ja kein so Vollkorn-Fan, das weiß man ja inzwischen. Wenn der Reis geschält ist, dann ist auch ein Großteil vom Arsen schon weg, also polierter Reis. Und Basmati-Reis sollte die Reissorte sein, die am wenigsten belastet ist. Aber das hängt natürlich auch immer von den Böden ab, wo der gezogen worden ist. Aber da wäre jetzt wirklich auch der weiße Reis und nicht Parbold. Parbold heißt ja, dass der von außen mit Druck das Zeug nach innen gedrückt worden ist. Also, da wäre wirklich der Basmati-Reis geschält, poliert, der wäre der Beste, was Arsen angeht. Und man isst den weißen Reis ja auch deswegen, weil er schnell verfügbar sein soll. Und da brauche ich jetzt kein Vollkorn-Reis zu essen. Da ist ein bisschen Gemüse dazu, da habe ich den gleichen Effekt. Und man wäscht jetzt auch nichts raus, also da geht jetzt keine Stärke verloren, wenn man den Reis wäscht. Nein. Ein bisschen Stärke geht. Das sieht man ja, wenn man Reis kocht, gibt es immer so ein bisschen so weit. Ja, da geht schon. Aber, also, da brauchen wir uns jetzt keine Gedanken machen, dass wir da unterkalorisch fahren dann plötzlich. Okay. Also, definitiv waschen. Selbst wenn man jetzt, auch wenn man nicht weiß, was für einen Reis man hat. Es gibt ja solche Kulinariker, Dilettanten, die wissen nicht, was sie da jetzt gerade essen, dann am besten einfach einmal kurz durchs Wasser lassen. Oder zweimal. Es gibt ja auch Leute, die benutzen Reiskocher. Da wird es vielleicht so schwierig. Ja, da ist es ein Problem. Da muss man halt vorher waschen. Und dann eben, da hat man es auch schon reduziert. Dann lieber zweimal waschen, kurz und rein. Auch eine sehr interessante Frage, fand ich jetzt, weil ich damit auch schon in der Vergangenheit Probleme hatte und dasselbe gehört habe vom Arzt. Wie sollte man am besten eine entzündete Sehne behandeln? Orthopäde empfiehlt komplette Sportpause und Ruhigstellung bis weg. Ja, da ich ja kein Arzt bin, kann ich nur das wiedergeben, was mein Orthopäde immer zu mir gesagt hat. Wenn ich, also ich habe ja drei angerissene Sehnen in der Schulter. Das ist ja nicht auf einmal gekommen, sondern durch mehrfachen Missbrauch der Schulter. Und also generell ruhig halten, glaube ich, ist keine gute Idee. Macht nie irgendwas besser, nimmt dir immer Mobilität auf Dauer. Genau. Und es ist ja so, wenn jemand an der Bizeps-Szene zum Beispiel operiert worden ist, weil die abgerissen ist, dann versucht man ja immer, dass man möglichst schnell aus diesem Christ, oder wie das Teil da heißt, rauskommt. Und damit man eben, genau, damit man da nicht noch zusätzliche Probleme in der Schulter erzeugt. Also was ich machen würde, wenn ich eine Schulterverletzung hätte, ich würde mir einen Orthopäden suchen. Zum Beispiel unseren Dr. Ritsch. Also da ist kein Weg zu weit. Kann ich echt nur sagen, der ist absoluter Schulter-Experte. Oder jemanden, der Handballer zum Beispiel behandelt oder so. Also jemand, der wirklich mit Leistungssportlern im Schulterbereich zu tun hat, den würde ich konsultieren. Und nicht jemanden, der mit älteren Frauen zu tun hat, weil der zu mir hat gesagt, jetzt passen Sie mal auf, da räumen Sie mal einfach die Töpfe, die schweren Töpfe aus den hohen Fächern in die niedrigen, weil bald werden Sie Ihre Schulter nicht mehr benutzen können. Und gehen Sie joggen. Das sind die Antworten halt, die man kriegt. Und dann würde ich eine gezielte Behandlung, da kann man unter Umständen auch mal was hinspritzen, was Entzündungshemmendes, um einmal diesen Teufelskreis zu unterbinden, je nachdem, was eben da die Ursache ist. Und dann gehört da eine Physiotherapie dazu. Und man sollte sich schon prophylaktisch um seine Rotatorenmanschette kümmern. Das ist, glaube ich, ein schwer vernachlässigtes Gebiet bei uns im Sport. Und wenn die Steffi unsere Trainingspläne macht und wir haben da diese Sachen drin für die Rotatorenmanschette, dann, das habe ich ja noch nie gemacht. Achso. Und ich muss ja mal lachen, der Dennis Reinhold, der hat ja auch schon ein bisschen Schulterprobleme, der schickt mir dann immer seine Videos, wie gelenkig er schon geworden ist, mit irgendwelchen Stäben, wie er hinter den Körper kommt, wie er auf dem Boden rumroppt. Ja, aber das ist dann nötig, wenn die Schulter mal entzündet ist. Und das bewährt sich. Also wirklich, da muss man sehr viel Arbeit reinstecken. Am besten schon im Vorfeld. Sich ordentlich um die Rotatorenmanschette kümmern. Und dass es erst gar nicht so weit kommt. Da kann man sehr, sehr viel machen. Also da gibt es ja dieses Prehab und alles Mögliche auf YouTube und Instagram. Da gibt es wirklich tolle Sachen. Also heute ist man ja nicht mit dem ausgeliefert, dass man nichts weiß. Würde ich mir angucken und würde es auch machen. Ich kann euch sagen, mittlerweile jede Oberkörpereinheit kostet mich vorweg 25 bis 30 Minuten, bis ich überhaupt mal anfange zu trainieren. Es hat sich bewährt. Ich hätte es wahrscheinlich schon viel früher machen sollen. Dann hätte ich jetzt nicht links und rechts die schönen Narben vom Arthroskop. Aber ja, es ist wirklich so. Vier, fünf Übungen, schnell durchpowern, Blut rein, Rotatorenmanschette sitzt. Und dann fühlt sich das auch ganz anders an, alles was man macht. Viel sicherer, viel stabiler. Lieber früher damit anfangen, als nachher beim Dr. Rich auf der OP-Bank zu liegen. Ja, aber man kann auch erst mal mit dem MRT gucken, was da ist. Also er schneidet sich nicht immer gleich auf. Also bei mir, ich bin bis jetzt um die OP rumgekommen. Dann hat er mir gesagt, wenn es ab ist, dann machen wir es wieder fest. Ja, aber also was mir auch gesagt wurde, gerade bei Sehenverletzungen. Sehen sind ja passive Strukturen, die sehr schlecht durchblutet werden, die aber durchblutet werden. Also sehr schlecht, aber sie werden durchblutet. Also ist Bewegung gerade wichtig. Ja. Auch in einem hohen Wiederholungsbereich mit sehr wenig Gewicht. Ja. Pumpen, sage ich jetzt mal. Ja. Und das hilft, um Schadstoffe abzutragen, die Entzündung rauszubekommen. Also ich habe noch nie gehört, also noch nie, wissentlich wüsste ich jetzt nicht, dass der Richi zu irgendjemandem gesagt hätte, auf keinen Fall die Schulter bewegen. Mhm. Ruhig stellen, nichts machen. Mhm. Wüsste ich jetzt nicht. Das ist so Gang und Gäbe bei, ich sage jetzt mal, normalen Orthopäden. Sagen halt Entzündung drin. Entzündung heißt, oh oh, nichts machen, dass die Entzündung wieder rausgeht. Nicht machen. Andere Experten suchen. Vielleicht. Wir kommen zur nächsten Frage. Gibt es etwas zu beachten bei der Einnahme von Pre-Workout-Boostern und SSRIs? Das sind meines Wissens nach, wenn man das so verallgemeinert sagen kann, Antidepressiva? Ja, also normalerweise würde ich zu so einem Thema nichts sagen, weil ich, wie gesagt, ja kein Arzt bin. Aber ich nehme selber SSRIs. Was heißt das denn ausgeschrieben? Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Das sind Antidepressiva. Serotonin, also wenn Serotonin, das ist ja ein Botenstoff aus dem Gehirn und der wird ausgeschüttet und dann wird er, also zwischen so zwei Nervenzellen wird er ausgeschüttet und dann auf der anderen Seite wieder aufgenommen. Und der wirkt aber nur, während er in diesem Spalt ist, wo er ausgeschüttet worden ist. Und diese Wiederaufnahmehemmer, die verhindern, dass er schnell wieder aus dem Spalt entfernt wird. Und das bewirkt eben, dass er länger wirken kann und die sollen dann eben die Stimmung verbessern. Das wird bei schweren Depressionen eingesetzt und offensichtlich wirkt es ja. Also ich meine, ich mache ja keinen schlechten Eindruck. Ja, aber diese Sachen, die haben natürlich Nebenwirkungen und auch Unverträglichkeitsreaktionen. Also man sollte zum Beispiel keinerlei Drogen nehmen, kein Kokain, keine Amphetamine, also zum Beispiel Pre-Workout-Booster im illegalen Bereich, Ephytrin zum Beispiel. Man sollte kein Kodi-In nehmen dazu. Opioide quasi. Kein Johanniskraut. Also ganz viele von diesen aufputschenden Sachen, die in so einem Booster drin sind, sollte man nicht nehmen. Also Koffein, glaube ich, das sollte kein Problem sein. Aber ansonsten muss man vorsichtig sein. Auch keine Aminosäuren wie Tryptophan. Das ist ja auch häufig da drin. Das ist ja auch stimmungssteigernd. Tyrosin, sowas. Genau, weil Tryptophan nämlich für die Serotonin-Synthese gebraucht wird. Und das kann dann zum Überschuss von Serotonin führen. H5, 5-HT. H, JTP. Das ist ja auch eine Vorstufe von Serotonin. Aber sowas, da muss man darauf achten, dass es da nicht drin ist. Also muss man sich schon ein bisschen damit beschäftigen, wenn man die Medikamente nimmt, was Pre-Workout-Booster angeht. Weil sonst, was passiert dann? Also im allerschlimmsten Falle kann es zu so einem Serotonin-Syndrom kommen. Das kann lebensbedrohlich sein. Aber da wollen wir jetzt nicht mal von ausgehen, dass das gleich passiert. Also stimmungstechnisch ist man dann einfach down? Kommt nicht mehr klar? Ja, also es kann so bis zur Psychosen kommen. Und ja, also der Abbau von vielen Substanzen ist dann verändert, auch in der Leber. Und also, wie gesagt. Dann nimmst du noch ein bisschen Pantoprazole dazu. Ja, ich glaube, Pantoprazole ist kein Problem. Aber zum Beispiel Aspirin ist ein Problem. Ibuprofen ist ein Problem. Und also viele von diesen Entzündungshemmern, die sind ein Problem. Also, ich meine, man nimmt ja nicht ohne Grund Antidepressiva. Das sind ja keine Bonbons. Und wenn man sowas nimmt, hat es eine schwerwiegende Ursache. Und dann muss man die Nebenwirkungen in Kauf nehmen, weil man weckt ja ab zwischen Depression, Suizidgefahr und keine Ahnung und diesem Medikament. Aber dann muss man sich natürlich genau darüber informieren, was darf ich dann nicht tun? Und die Frage ist, muss ich zwingend einen Pre-Work-Out-Booster nehmen, wenn ich so schwere Depressionen habe, dass ich SSRIs nehmen muss? Warum muss ich das? Vielleicht nicht unbedingt. Frage beantwortet. Eine ebenfalls interessante Frage. Ich fand das lustig, weil das noch so, das ist jetzt oldschool. Hier schreibt jemand, Off-Season bekomme ich morgens nichts runter. Whey und Dextrose als Shake in Ordnung. Da erinnere ich mich an meine Anfangszeit zurück, dass ich noch Dextrose in meinen Post-Workout-Shake damals reingemacht habe. Ja, also Dextrose würde ich ja nirgendwo reinmachen, aber nirgendwo. Aber gut, also um das ein bisschen zu verbessern, würde ich vielleicht wenigstens Instant-Haferflocken da reintun. Das ist jetzt interessant, also da muss man jetzt ganz gut zuhören, weil Dextrose, da denkt man ja jetzt, ja, mach was rein, das Zucker ist schnell wieder weg und Haferflocken voll schwer verdaulich. Aber ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall, die Dextrose, die so sehr viel Wasser bindet im Darm, wie war das, macht also die komplette Verdauung kaputt. Und ich habe mich immer gefragt, woran liegt das, wenn du es wirklich so übertreibst damit? Also wenn man da mehr als 50 Gramm von der Dextrose reinmacht, dann hat man stark hypertones Getränk, weil das Eiweiß kommt ja auch noch mit dazu, die Amidusäuren sind ja auch hyperton. Das zieht eine enorme Menge Wasser in den Magen-Darm-Trakt und hängt dann erstmal wie so ein Klumpen da drin und dann geht es durch. Und wenn es dann durchgeht und erstmal ein Dünn-Darm ist, dann muss es ja nicht mehr gespalten werden, weil die Dextrose ja schon ein fertig gespaltener Einzelzucker ist. Dann gibt es einen steilen Blutzuckeranstieg, danach gibt es einen furchtbaren Insulinanstieg, danach gibt es einen steilen Blutzuckerabfall und wenn ich das um 6 Uhr mache, bin ich um 9 Uhr fertig mit der Welt. Wahrscheinlich. Also das ist keine gute Idee. Ich glaube, man tut sich da überhaupt gar keinen Gefallen für die Verdauung und für die Aufbaufase, weil da wirst du nachher noch schlechter essen können. Also eine kleine Menge Instant-Haferflocken, die sind ja schon so, dass sie sich gut lösen. Da sind ein paar Ballerstoffe drin, das geht langsam aus dem Magen raus, da geht der Blutzucker nur wenig hoch, es gibt keine starken Schwankungen und dann ist man versorgt bis zur nächsten Mahlzeit. Und hat trotzdem nur was getrunken, was schnell runter geht. Das könnte man zur Verbesserung da einsetzen. Weil es billig ist auch. Ja, man kann auch normale Haferflocken nehmen, also so Blütenzarte oder wie die heißt und kann die im Mixler tun, das geht auch, das ist noch billiger. Kann man auch irgendwas, was jetzt nicht nach Hafer schmeckt, also würdest du jemandem empfehlen, beispielsweise so ein... Reißmehl. Beispielsweise. Ja. Das ging ja auch, ja, aber so ein Dextrin oder irgendwie sowas, macht sowas Sinn für solche Einsatzzwecke? Ja, also die, also malte Dextrin, das kann aber so gespalten sein, dass es auch kaum größer ist als Dextrose, da müsste man wieder auf den D-Wert schauen. So 19, 16, keine Ahnung oder sowas, gell, habe ich auch schon gelesen. Ja, auch, ja, kann man machen. Also ich würde was mit bisschen Fett und bisschen Ballaststoffen dazu nehmen zum Frühstück. Die Frage ist ja immer, warum bekommst du morgens nichts runter? Was ist das Problem? Ist das immer so oder liegt das jetzt bloß daran, weil du dich einfach schon fett gefressen hast das letzte halbe Jahr und jetzt nichts mehr essen kannst, weil die Verdauung nicht mehr hinterherkommt? Ja. Musst du überhaupt so viel essen? Ja. Weil ich, für mich ist das immer mittlerweile so, ich bin ja schon ein paar Jährchen älter jetzt und mache das schon ein bisschen länger. Wenn ich nicht essen kann, dann denke ich mir immer, was habe ich falsch gemacht? Ja. Irgendwo liegt da, liegt da wo ein Begraben sozusagen? Du machst irgendwas, was dein Körper nicht möchte? Solltest du das weiter so machen? Wahrscheinlich nicht, also. Genau so ist es. Warum kann man morgens nicht eine Kleinigkeit essen? Also wir brauchen ja jetzt nicht 500 Gramm Fleisch und ein Kilo Reis essen mit Brokkoli. Warum kann man morgens keine Kleinigkeit essen? Also, sorry. Also, wie gesagt, man muss überhaupt nicht frühstücken, Gott bewahre, aber wenn man den Sport ordentlich... Wenn du keinen Hunger hast, dann frühstücke nicht, wenn du kein Wettkampfathlet bist. Genau. Ein Wettkampfathlet, der trinkt keinen Whey mit Dextrose. Eher nein. Also, da kenne ich keinen. Ich auch keinen. Der aufsteht und Whey mit Dextrose trinkt. Und dann bist du wahrscheinlich eher Hobbyathlet und dann lass es weg. Lass doch mal einfach fünf Tage lang dein Frühstück weg, dein Whey mit Dextrose. Oder trinkt nur das Whey in Wasser. Ja. Guck mal, was passiert. Vielleicht geht es dann schon besser. Ja. Nächste Frage. Kann zu viel Omega-3 gefährlich sein? Wenn ja, warum und ab wann? Schwierige Frage. Ich denke immer viel, hilf viel ist ja immer ein bisschen problematisch. Bei dem Omega-3, da gab es ja so zwei Studien. Die eine hat irgendwie gesagt, dass irgendwie Herzrhythmusstörungen kommen bei hoher Dosierung. Aber wenn man die Studie sich genauer anguckt, dann trifft das auch wieder auf unsere Klientel nicht zu. Und das andere ist die Blutgerinnung. Dass die Blutgerinnung unter Umständen runtergesetzt wird. Aber das hängt natürlich alles immer im Gesamtkontext mit der anderen Ernährungsweise ab. Wie viel Omega-6 führe ich zu und so weiter. Also man muss es ja nicht übertreiben. Warum wird es bei uns übertrieben? Das weiß ich auch, wo dran es liegt. Wenn mal jemandem sagt, er soll Fett essen. Und Fett ist ja immer noch behaftet mit, oh Gott, oh Gott, vom Fett werde ich Fett. Aber die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die werden ja nicht ins Fettgewebe eingelagert und so weiter. Boah, dann nehme ich mein ganzes Fett, das ganze Fett, was die mir aufgeschrieben hat, was ich essen soll, das esse ich jetzt in Omega-3-Fettsäuren. Ja. Und dann habe ich da 60 Gramm aufgeschrieben und dann wird das 60 Gramm in Fischöl gegessen. Weil es nicht Fett macht angeblich. Das kann natürlich nicht sein. Also bitte. Wir wollen nicht extrem weit über den Bedarf gehen. Piano. Also wenn ich jetzt hier so ein Bikini-Mädchen habe, würde ich nicht über 10 Gramm Fischöl gehen. Oder von mir aus auch nicht 10 Gramm Omega-3. Also 6 bis 10 Gramm Omega-3, drüber würde ich nicht gehen. Das ist ja in Fischöl nochmal ein bisschen mehr. Ja. Und bei so einem Schwergewicht nicht über 20 Gramm. Das ist schon ordentlich viel. Aber der hat ja auch viele Membranen, wo es eingelagert werden muss. Man kann immer den Index bestimmen. Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis in Erythrozyten. Aber wenn man Angst vor der Blutgerinnung hat, kann man immer ganz schnell den Quick-Wert bestimmen. Also das ist überhaupt kein Hexenwerk. Der Omega-3-Index, der kostet ein bisschen was. Aber wenn man Angst wegen der Blutgerinnung hat, dann lässt man einfach mal schnell die Blutgerinnung bestimmen. Das würde ich jetzt als weniger dramatisch empfinden. Also ich hätte jetzt keine Angst davor. Aber natürlich die Fettzufuhr. Da gehört immer ein bisschen gesättigtes Fett dazu. Und auch immer das einfach ungesättigte Fett aus Olivenöl oder Nüssen. Wie gesagt, ich habe ja bei Frauen immer ein bisschen Angst. Bei Nüssen wegen Überkonsum. Aber aus Nüssen, Nussölen und so. Omega-3 und Omega-6 sind ja nur, weil sie essentiell sind, zuzuführen. Und nicht um die Fettmenge zu decken, die der Coach aufgeschrieben hat. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich könnte jetzt rein theoretisch zum Arzt gehen, den Omega-Index bestimmen lassen und könnte dann sagen, wie viel brauche ich überhaupt? Brauche ich überhaupt welches? Es mag ja dann vielleicht auch mal die ein oder andere Ausnahme geben, die irgendwie zwei Kilo Lachs die Woche isst. Brauche dann vielleicht gar keins. Dann spare ich mir das. Kann man ungefähr auch sagen, je nachdem wie hoch der Spiegel liegt, wie viel ich ungefähr brauche? Oder ist es dann auch wieder wie beim D-Wert so eine Testerei? Also ich glaube, die gucken ja nach dem Verhältnis. Und das kommt ja nicht nur auf die Gesamtmenge, sondern auch auf das Verhältnis an. Wie beim Cholesterin quasi, oder? Genau. Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6. Aber ob man da jetzt dann direkt ableiten kann, wie viel man nehmen muss, das wüsste ich jetzt nicht. Ich habe aber auch noch nie jemanden gesehen, dessen Wert so war, dass man sagen würde, oh, um Gottes willen, da sollte ich jetzt kein Omega-3 mehr nehmen. Ja, klar. Wie lange sollte so zwischen diesen Blutanalysen liegen? Also auch bei einer D-Bestimmung jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt einmal messe, ich sehe jetzt, okay, blöd, irgendwie ist es zu wenig, ich muss jetzt mal was verändern. Ich nehme jetzt irgendwie zwei Kapseln mehr am Tag vom Fischöl. Wann sollte ich wieder hingehen? Wie lange dauert das, bis sich das so eingelagert hat? Das kann schon mal drei Monate dauern. Okay, also muss man wirklich so viel zwischendrin Platz lassen, dass man da wirklich eine repräsentative Aussage treffen kann. Ich meine, die Eryphozyten werden ein bisschen schneller wieder erneuert. Das mag gehen, aber bis man das auch in den Muskelzellen hat, da muss ja immer ausgetauscht werden. Also die bestehenden Fettsäuren, das dauert schon ein bisschen länger. Ja, ist ja gut zu wissen, weil manche rennen dann irgendwie jeden Monat hin, sehen keine große Veränderung und dann hast du irgendwie, also Omega-Index wird wahrscheinlich nochmal teurer sein als jetzt der D-Wert. Ja, Vitamin D kostet 30, der Omega-Index, der kostet um die 150, glaube ich sogar. Ja, siehst du, da weiß man schon, dass es sich lohnt zu warten, weil sonst zahlst du da jeden Monat bis nachher 1.000 Euro los, bis du irgendwas weißt. Okay. So, hier will jemand wissen, kann der Verzehr von Sojaprodukten signifikante Auswirkungen auf die Sexualhormone haben? Wenn ja, ab welcher Menge? Also das weiß man ja genau aus den asiatischen Ländern, da wo also die native Essensweise beibehalten worden ist, also wenn die nicht zur westlichen Ernährungsweise umgeschwenkt sind, und dass Frauen da deutlich weniger Brustkrebsrisiko hatten, weil die Phytoöstrogene, also diese pflanzlichen Östrogene, da einen Antiöstrogeneffekt haben, weil sie schwächer an den Östrogenrezeptor binden als die fraueneigenen Östrogene. Also bei Frauen schwächer als die eigenen Östrogene und damit einen Antiöstrogeneffekt, bei Männern aber umgekehrt, weil Männer üblicherweise kein Östrogen oder wenig Östrogen haben, wenn da noch zusätzlich Phytoöstrogene reinkommen, dann haben sie einen verweiblichenden Effekt. Also das ist auf jeden Fall gesichert. Der körpereigene Hormonspiegel bei einem Mann ist von x Faktoren abhängig. Da kann ich auch wieder nur sagen, wer sich Gedanken darüber macht, und das sollte sich eigentlich jedermann, der lässt das mal messen. Und wir können einen genauen Eindruck davon bekommen, Testosteron, Bindeprotein, Östradiol, ist da FSH und LH, ist da irgendwas in diesem Regelkreis nicht in Ordnung. Wenn ich schon mich dazu entschließe, unnötig viel Soja-Produkt zu essen, das trifft ja eh nur ein Veganer, wer sonst könnte das sein? Und beim Soja-Isolat, also beim Eiweißpulver, sind die Phytoöstrogene raus, da wäre der Einfluss überhaupt nicht zu befürchten. Also könnte man das beispielsweise machen? Ja. Soja-Protein-Isolat trinken, aufs Leuzin gucken, wie immer, und gut ist. Ja. Und ansonsten muss man, glaube ich, schon ziemlich große Mengen zuführen. Also von ab und zu mal einem Tofu im Essen, da wird auf keinen Fall sich dann nennenswert was tun. Also das schadet auf keinen Fall. Aber wie gesagt, wenn man jetzt wirklich vegan lebt und dass diese typischen, also diese Neu-Veganer, die dann lauter Fleischersatzprodukte aus Soja essen, weil es aussieht wie Fleisch, die, glaube ich, können ein Problem kriegen. Ein richtiger Veganer kriegt das auch nicht. Weißt du auswendig, wie viel Soja-Protein-Isolat man braucht, um den Whey zu ersetzen? Das ist wahrscheinlich ein bisschen mehr. Also von der biologischen Wertigkeit ist es ja ähnlich wie beim Casein. Also liegt so knapp an 80. Aber in dem Umsatz, in der Muskulatur, da steigt es deutlich schlechter ab als ein Casein. Und mehr hilft ja nicht wirklich viel, weil wenn Aminosäuren limitierend sind, dann kann man ja auch noch mehr davon essen. Da kommen ja die limitierenden Aminosäuren auch nicht richtig zum Tragen. Das müsste man ergänzen. Also man müsste halt mit anderen Proteinquellen ergänzen. Da wären jetzt eher A's wieder hilfreich. Kompliziert mit dem Veganismus. Ja, da muss man sich wirklich gut informieren. Deshalb bleiben wir jetzt einfach bei der Omnivoren-Ernährungsweise. Und hier fragt jemand, ist es ungesund, fragt er, ist es ungesund, 10 Eier pro Tag zu essen? Dein Take zu Eiern. Du hast ja vorhin gesagt, Frühstücksei, warum nicht? Man sieht ja, das hilft was. Aber 10? Also ganz interessant, die Studienlage, ich habe nochmal nachgeschaut, die Studienlage geht hin bis zu 3 Eiern. Die unbedenklich sind. Also höhere Eierzufuhr habe ich nicht gefunden. Und was die Fachgesellschaften sagen, ist auch sehr interessant. Nämlich zum Beispiel, manche Fachgesellschaften sagen, Eierverzehr unbegrenzt. Unsere hier zum Beispiel sagt, Eierverzehr unbegrenzt, aber Cholesterin nur 300 Milligramm pro Tag. Also ein Ei hat ja schon knapp 300 Milligramm. Also das passt ja hinten und vorne nicht. Andere sagen Eierverzehr unbegrenzt und Cholesterinverzehr unbedenklich, unbegrenzt. Manche sagen 2 bis 4 Eier pro Woche. Also je nachdem, in welchem Land man lebt, Großbritannien, Australien oder Amerika, gibt es unterschiedlichste Empfehlungen. Was sagst du denn? Das Ei hat ja sehr viele positive Inhaltsstoffe. Ich bin ja bekennende Eier-Fan. Es ist eine sehr gute Proteinquelle, liefert noch Antioxidantien mit. Dieser gelbe Farbstoff aus dem Ei gibt es zum Beispiel. Da ist Cholin drin, Phosphatidylcholin. Das braucht man, um die Darmbarriere dicht zu machen. Und es ist gut für die Darmbakterien. Und die Angst ist ja Herzinfarkt, also Blutgefäßverkalkung durch einen erhöhten Cholesterinspiegel. Das haben wir ja vorhin schon mal geklärt. Cholesterin essen macht nicht zwingend einen erhöhten Cholesterinspiegel. Und es gibt natürlich Menschen, die darauf reagieren. Es gibt ein paar Leute mit einer Genveränderung, die können das nicht regulieren. Die dürfen natürlich dann auch keine Eier essen. Sind nicht allzu viele. Kann ich auch wieder nur sagen, Cholesterinspiegel regelmäßig kontrollieren lassen. Weil das ist das, was irgendwann mal uns in den Tod bringt. Uns Bodybuilder. Cholesterinspiegel muss regelmäßig kontrolliert werden. Und da würde man ja sehen, wenn ich jeden Tag zwölf Eier esse, ist der Cholesterinspiegel extrem hoch. Bei zwölf Eiern würde ich dann vielleicht erst mal gucken, ob ich da ein bisschen weniger essen kann. Es sind ja auch noch gesättigte Fette drin. Hauptsächlich verantwortlich für einen hohen Cholesterinspiegel sind schnell verfügbare Kohlenhydrate durch den hohen Insulinausstoß plus gesättigte Fette und ein Kalorienüberschuss und kein Sport. Das ist der Hauptverursacher für einen hohen Cholesterinspiegel. Die andere Frage ist, warum in Gottes Namen möchte ich zwölf Eier essen? Also warum? Und vielleicht auch noch täglich. Ja, was da an Kalorien zustande kommt. Das ist ja Wahnsinn. Und da hat man ja dann, ich glaube, über zwei Gramm Cholesterin. Über zwei Gramm. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Also der Körper bildet ungefähr ein bis zwei Gramm pro Tag. Und wenn man das mit der Nahrung zuführt, dann bildet der Körper entsprechend weniger. Das wäre so gerade noch die Menge wahrscheinlich, die der Körper durch nicht synthetisieren ausgleichen kann. Wäre es sicherlich machbar. Die Frage ist, ob man das wirklich riskieren soll. Wenn man das dauerhaft macht, dann bitte gucken, wie sind denn meine Werte? Aber also bis zu vier Eiern ist sicherlich kein Problem. Was sagst du zu rohen Eiern? Ja, da ist die Studienlage eindeutig. Die rohen Eier sind super. Wenn keine Salmonelle drin ist, also sie müssten halt behandelt worden sein, vorher hitzebehandelt. Und das Abfangen von dem Vitamin H, das wäre nur in dieser betreffenden Mahlzeit. Man muss es aber vertragen. Also ich, nicht viele Menschen vertragen die rohen Eier in großer Menge gut. Und leichter verdaulich wäre es wahrscheinlich, wenn man sie schon vorher denaturiert und das nicht alles der Magensäure überlässt. Aber man kann das auch roh essen. Allerdings aus den Zeiten, als im Bodybuilding noch nicht so viele Proteinquellen verfügbar waren, die Leute, die sehr viele rohe Eier gegessen haben und es gab noch kein Tetrapack und so Zeug, da war fast jeder mal mit einer Salmonelleninfektion dabei. Deswegen würde ich da ein bisschen Vorsicht walten lassen. Weil da sind die Gains beim Teufel. Ich meine mich zu erinnern, irgendwas mal aufgeschnappt zu haben, dass ein rohes Ei sich irgendwie positiv auf die Schilddrüse auswirken kann. Kannst du dazu was sagen? Oder habe ich das jetzt irgendwie falsch rausgekramt in meinem Gedächtnis? Oh, das ist eine gute Frage, die ich nicht beantworten kann. Positiv auf die Schilddrüse. Also auf die Schilddrüsen-Hormonproduktion. Das muss man nachschauen. Das kann ich dann höchstens beim nächsten Mal beantworten. Muss man gucken. Ich habe das auch schon gemacht. Also ich habe ja so eine Zeit auch gehabt, da hast du dann so Low-Carb-Phasen gemacht, wie bei Kiefer, Carb-Backloading und solche Geschichten. Hast dann so Shakes getrunken mit Kokosöl und mit einem Ei, einem rohen drin und sowas. Der hatte das, glaube ich, mal argumentiert. Ich bin mir unsicher, ob das jetzt von ihm kam. Aber ich glaube schon, dass es da in dem Topf mit drin ist. Vielleicht auf die Umwandlung von T4 zu T3? Könnte sein, ja. Muss ich nachschauen. Guck mal nach. Vielleicht können wir das nächste Woche mal, nächste Woche, nächstes Mal. Wenn du willst, kannst du auch nächste Woche wieder kommen. Können wir das nächste Mal nochmal aufgreifen. Finde ich interessant. Aber nicht, dass ich jetzt irgendwie die Leute verleite, sich Salmonellenvergiftungen zu holen. Ich hatte das nie. Ich habe immer Bio-Eier gekauft und dann halt immer mal eins rein, vielleicht auch mal zwei in so einen Shake, so einen schönen Mixer. Es wird so schön cremig. Ich hatte jetzt nie Probleme, ehrlich gesagt. Toi, toi, toi. So, nächste Frage. Wie sollte man am Ende einer Karriere im Leistungssport sinnvoll zurücktrainieren? Muskel abwerfen? Cardio? Wir haben mehrere Probleme gleichzeitig. Also zum einen haben wir das Sportlerherz. Das Sportlerherz ist ja mit dieser Linksherzvergrößerung. So keine verbotenen Substanzen im Spiel waren. Sonst ist es ja im Ganzen vergrößert. Da würden sich die Kardiologen sicherlich wünschen, dass man das langsam wieder abtrainiert. Aber wir haben noch mehr Probleme. Wenn man Leistungssportler war im Bodybuilding mit viel Muskulatur, demzufolge einer hohen Kalorienzufuhr und viel Platz für Kohlenhydraten, wenn man das aufhört, dann geht der Hunger ja nicht gleich weg. Das heißt, man hat weiterhin den Hunger für die große Menge Kohlenhydrate, aber nicht mehr den Platz für die große Menge Kohlenhydrate und nicht mehr den Verbrauch. Das heißt, es wird sich einen Kohlenhydratüberschuss im Körper anstauen, der dann nicht mehr in der Muskulatur Platz findet, sondern wahrscheinlich als Verkleber sich äußern wird und man hat ein erhöhtes Risiko für Diabetes und Herzinfarkt und alles Mögliche. Man müsste also entweder ein hohes Trainingspensum beibehalten oder die Kalorienzahl deutlich reduzieren. Wenn man einfach alles beibehält und sagt, auch von heute auf morgen, ich höre auf, dann kriegt man sicherlich gesundheitliche Probleme. Aber das ist natürlich nicht immer die Realität. Wenn man aus Frust oder aus Verletzungs verletzungsbedingt irgendwie von dem Sport wegkommt, dann ist das mit dem Abtrainieren oft Wunschdenken. Aber wir sehen ja bei einigen Leuten, die das sehr erfolgreich machen, Dennis James zum Beispiel, Dennis Wolf. Da kann man ja wirklich nicht sagen, also Dennis Wolf finde ich, der sieht auch in abtrainiertem Zustand sehr gut aus. Also kann man ja nichts dagegen sagen, der macht alles richtig. Den hätte ich jetzt auch als Paradebeispiel genannt, Dennis Wolf. Der hat, glaube ich, so, kann man sagen, vor allem im Vergleich zu seinen Kollegen sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht, oder? Ja, ja. Gewollt? Ja. Gekonnt? Also, ja. Denkst du, du bist ja vielleicht auch im Kontakt mit ihm gewesen, hat er wirklich das proaktiv gemacht? Oder ist das so hingeworden? Nee, also nach der Verletzung, als dann klar war, dass es ja mit dem Sport, also im Profibodybuilding nicht mehr weitergeht, dann hat er hat dann ein Umdenken stattgefunden und es war nicht leicht, aber er hatte, also, als wir das letzte Mal hier gesprochen haben beim Grillen, dann hat er erzählt, dass er sich sehr gut fühlt so und dass er auch sehr viele Komplimente kriegt und dass ihm das erstaunlich gut gefällt. Und ich muss sagen, mir hat es auch sehr gut gefallen. Hätte ich nie gedacht, aber ich fand, das sah sehr, sehr gut aus. Ja, ich wäre da gerne im Podcast mit ihm noch genauer drauf eingegangen. Ich hatte aber leider nur eine Stunde. Das ist genau eine Stunde geworden. Also wie gesagt, er ist ja wirklich, er macht alles mit Hirn und Verstand, was er macht und deswegen. Gehen wir weiter zur nächsten Frage. Hat man als Bodybuilder ein erhöhtes Risiko für Demenz? Wenn ja, wie könnte die Prävention aussehen? Also Bodybuilding an sich, Kraftwort an sich, ist die beste Prävention für alle möglichen Erkrankungen inklusive Demenz. Und selbst wenn man die ersten Anzeichen von Demenz hat, also Alzheimer, Parkinson, keine Ahnung, sogar Korea Hunting und alles mögliche, ist immer Krafttraining wichtig. Sogar wichtiger als Ausdauertraining, weil man zum Beispiel die Blutgefäße im Gehirn besser schützt, wenn man Krafttraining macht. Also wäre man eigentlich als Bodybuilder richtig gut geschützt. Einzige Ausnahme sind die, die unterstützten Sport betreiben, weil da steigt das Demenzrisiko deutlich an. Also da sind wir sofort wieder auf der anderen Seite. Kann man sagen, warum? Ja, man kann sagen, warum. Also zum einen aufgrund der erhöhten Bildung von freien Radikalen, deswegen ist da ganz, ganz wichtig, dass man wirklich mit Antioxidantien gegensteuert, den entsprechenden machen aber auch die meisten. Und man hat zeigen können, dass im Gehirn diese Proteinstrukturen, diese Veränderungen, die aussehen wie bei Alzheimer, also da gibt es ja diese verschiedenen Tau und Roh und so Proteine, diese typischen Proteinveränderungen, die im Gehirn stattfinden, die hat man auch zeigen können bei Bodybuildern mit Steroidkonsum. Also kommt es wirklich zu Veränderungen der Strukturen im Gehirn. Wir reden da aber von Missbrauch. Supraphysiologische Dosen. THT also nein, ein bisschen erweiterte THT vielleicht auch nicht. Da schon? Also wie man es halt definiert, supraphysiologisch. Und vor allen Dingen war, also in einer Studie war zum Beispiel, dass halt bei vielen, also die Veränderungen sind relativ früh nach Konsumbeginn schon aufgetreten und problematisch hat sich auch gezeigt, dieses Muster, weil man nie einen physiologischen Spiegel hat, entweder hoch drüber oder kurz drunter und das scheint irgendwie besonders ungut zu sein. Also dieses, da kann man fast sagen, dieses Bridgen und Cruisen, was die Leute immer so anführen, zumindest in Bezug auf Demenz nicht ganz so gut. dann ist es fast besser die ganze Zeit durchzucruisen, oder? Habe ich jetzt nicht gesagt. Ich will dir jetzt nichts im Mund legen. Aber auf jeden Fall ist da wirklich das Demenzrisiko deutlich erhöht, muss man leider sagen. Okay. Also freie Radikale eliminieren größtenteils. Reicht da das typische Vitamin C, Vitamin A, keine Ahnung. Ja, dann wäre noch mehr. NaC oder solche Sachen. Genau, das sollte man auf jeden Fall. OPC. Und es gibt ja auch Antioxidantien, die im Gehirn wirken und solche Sachen sollte man auf jeden Fall einsetzen. Okay. Bitte. Dann kommen wir jetzt zum spannenden Teil, aus dem wir die ein oder andere Szene wahrscheinlich für den Trailer herausnehmen werden. Okay. Gucken wir mal. Gucken wir mal, was ich dir entlocken kann für brisante Aussagen. Wir starten auf jeden Fall mal gemächlich mit einer Frage, die des Öfteren gestellt wird, auch in anderen Podcasts. Wird die offene Klasse früher oder später deiner Meinung nach von der Classic Physik verdrängt werden? Jetzt nicht deine Meinung. Ich weiß, du magst die Classic Physik, Jungs, ganz gerne. Aber so rein zukunftsorientiert gedacht. Also solange es dafür Sponsoren gibt, die diese Freak Show haben wollen, solange wird es nicht ersetzt. Wenn es mal irgendwann kein Publikum mehr dafür gibt, keine Sponsoren mehr dafür gibt, dann kommt die weg. Da sind die doch gnadenlos. Das ist alles reines Geschäft. Wenn vielleicht noch ein paar mehr versterben sollten und das sich dann politisch nicht mehr korrekt anfühlt, das wäre vielleicht auch nochmal ein Grund. Aber ansonsten, solange das sich vermarkten lässt. Ich meine, deswegen ist ja Frauenbodybuilding weggekommen und weil man diese Frauen nicht mehr sehen wollte. Das ist ja auch subjektiv gewesen. Manche fanden das toll, andere haben gesagt, das kann man sich nicht angucken. Dann gab es keine Sponsoren mehr. Dann sind die weggeflogen und jetzt kommen die wieder dazu. Das ist rein sponsonentechnisch vermittelt, würde ich sagen. Das finde ich schon doppelmoralisch, heuchlerisch wieder, wenn man sagt, die Frauen will ich nicht mehr sehen. Ja, natürlich. Natürlich ist es so. Aber wenn die Sponsoren nicht bezahlen wollen dafür, das ist wie in allen Sportarten. Du kannst nur Sport verkaufen, wenn Sponsoren dafür bezahlen wollen. Ich bin mir unsicher, ob das ein Faktor ist. Dass die in Zukunft sagen, das versterben zu viele Leute, wir wollen das nicht mehr sehen. Ich fand das bezeichnend, am bezeichnenden, ja. Also ich meinte, wenn dann die Sponsoren sagen, da möchte ich nicht mehr involviert sein. Also ich kann mich erinnern. Die Sponsoren machen das ja auch aus so einem gewissen Anreiz, weil sie es selber gut finden, diese Freaks zu sehen, glaube ich. Ja. Weil Geld drin steht. Aber ich kann mich zum Beispiel erinnern, es wurde ja ganz früher mal Bodybuilding auf Eurosport übertragen. Da kamen World Games und alle solche Sachen und dann irgendwann mal nicht mehr. Und da war dann die Frage, warum wird das nicht mehr auf Eurosport übertragen? Und der Heinz ist ja Co-Moderator auf Eurosport gewesen für Strongman. Und da haben wir dann gefragt, warum? Und dann haben die gesagt, ja, es ist so gewesen. Nicht nur, dass sie keinen Sponsor gefunden haben für diese Übertragung, sondern es wollte noch nicht mal mehr jemand in den Werbepausen zwischen zwei so Bodybuilding Ausschnitten mehr Werbung machen, weil sie nicht damit in Verbindung gebracht werden wollten. Und wenn solche Sachen mal auftreten, dann könnte ich mir das vorstellen. Aber ansonsten, warum sollte was, was gut läuft? Und es gibt ja die Fans und die Anhänger für die schweren Jungs, warum sollte es dann weggehen? Also ich glaube, ein Mr. Olympia ohne die dicken Jungs, da glaube ich sind wir verraten und verkauft. Also noch sehe ich da keinen Grund. Ich auch nicht, wir kommen zur nächsten Frage, das passt da sehr gut rein, nämlich, weil ich glaube, was die offene Klasse weiterhin so sehr attraktiv macht, ist, dass man es auch, wenn man vielleicht nicht der größte Fan ist, noch sehr leicht und sehr zeiteffizient konsumieren kann. Und hier fragt nämlich jemand, was sagst du dazu, dass beim Olympia teilweise 40 bis 50 Athleten in einer Klasse stehen? Also, ich sage jetzt mal aus Kampfrichtersicht, ist utopisch. Unmöglich, oder? Ja, ich habe schon Klassen gewertet mit 35 Leuten, also da ist Hardcore. Jetzt sagen wir mal so, da sind 40 bis 50 Leute, jetzt dürfen wir niemals vergessen, wir reden von Profi-Shows, sind Shows. Wir müssen uns freimachen von dem Gedanken, dass wir hier bei einem Amateur-Wettkampf sind, wo es ganz strikt nach, ich sehe so und so aus, ich kriege den und den Platz geht. Also, ich würde jetzt mal so sagen, da kommen 50 Leute raus, da können auch 100 Leute rauskommen, da gibt es ein Sheet, auf dem steht, wer die Top 5 und die Top 10 sind. Vielleicht noch nicht ganz in der Reihenfolge, aber die Leute, die musst du dir angucken als Kampfrichter. Und dann wartest du ab und das Mittelfeld, also die ganz schlechten, die kennst du vielleicht auch noch, und das Mittelfeld, das fällt halt hinten runter, da kannst du dann einer Sechzehnter wird oder Sechzehnter oder Sechzehnter oder Sechzehnter, das spielt ja da keine Rolle, die kriegen ja keinen Platz. Das gibt es ja im Amateurbereich nicht, dann kriegen ja alle einen Platz, 17er, 18er, 19er und so weiter, keine Ahnung. Deswegen, und die Wichtigen, die hast du schon, da weißt du schon, wen du unter die Top 10 oder ins Finale bringen sollst, das ist vorher klar. Also ich finde halt, gerade das macht es wieder unattraktiv, beispielsweise so eine Klasse wie die Classic Physik. Ich meine, der Alex hat es gesagt, 40 sind es auf jeden Fall, es können sogar 50 sein in der Classic Physik beim Mr. Olympia. Der will das nicht angucken. Der krassesten, besten, prestigeträchtigsten Wettkampf der Welt und da sind 40, 50 Athleten, das will doch keiner mehr sehen. Das kann auch nicht sein. Du kannst nicht sagen, also meiner Meinung nach, kannst du nicht sagen, es sind 40 Top-Welt-Spitzenathleten. Ich finde, da ist mehr mal bei 20 wäre gut. Und da muss man eben vorher aussieben. Ich würde fast sogar sagen, 10. Also ich gucke mir auch gerne eine Men's Physik an. Gucke ich mir wirklich gerne an. Aber die 40, 50, wo ich nachher, keine Ahnung, wo ich mir so frage, beim 5. Ist das jetzt derselbe, der eine andere Badehose angezogen hat? Ja. Also es ist ja bei der Classic Physik auch so, du hast dann so viele ähnliche Körpertypen, dass du gar nicht mehr den Unterschied erkennst. Und bei den offenen Klassenjungs ist es halt so, die kommen halt nacheinander raus und du kennst die beim Namen, weil du schon auch bei bestimmten Merkmalen siehst, wer ist das jetzt? Ja. Deswegen. Also ich würde, wie gesagt, ich würde halt bei 10, da ist immer noch mal, da ist vielleicht so der Elfte und der Zwölfte, hättest du vielleicht auch noch verdient. Aber mehr als 20 geht, als Kampfrichter kannst du 20 Leute gut überblicken. Da übersiehst du auch keinen. Also wenn du, und das sind ja Profikampfrichter, also die wissen ja auch, was die gucken sollen und die haben auch ein Auge. Also wenn ich 20 Leute angucke, da sehe ich sofort vier Gruppen. Das geht. Aber alles drüber ist einfach nicht, nicht hat mit Werten nichts mehr zu tun. Ich habe das ja schon gesehen, fünf rauf, fünf runter, die siehst du dann nicht mehr und da willst du mir sagen, beim fünften Mal, in der fünfer Gruppe, ah ja, das waren die. Nee. Mhm. Nee. Ist halt schade. Ich finde, der Wettkampf verkommt damit so ein bisschen. Ja, es verliert dann Relevanz und Prestige komplett. Ja. Was würdest du denn machen, als jemand, der ja auch, sage ich mal, Erfahrungen hat mit dem Ausrichten von Wettkämpfen, sei es jetzt Bodybuilding, Strongman, dass man die Teilnehmerzahlen ein bisschen reduziert, wenn man ja weniger Wettkämpfe allgemein, Punkte, ein gutes Punktesystem. Also genau, wir müssen uns ja immer überlegen, wer lebt wovon und die, die leben ja von den Veranstaltungen. Das heißt, du kannst ja gar nicht einfach sagen, ich mache weniger Wettkämpfe. Also ich darf dann meinen machen, du darfst dann nicht mehr machen. Aber du bezahlst ja auch Kohle dafür, dass du machst und die Kohle wollen sie ja auch haben. Also das geht nicht. Aber ich würde sagen, es gibt High Class Wettkämpfe. Da gibt es halt viele Punkte und da gibt es, sag ich jetzt mal, Dorf Wettkämpfe. Das ist auch wieder Ärger, sagt der eine wieder zum anderen. Wieso bist du jetzt ein Top Tier und Top Tier 2 und ich ein Top Tier 3 oder so? Ja und? Da ist eben so, da ist halt der, der mehr bezahlt. Wo ist der Stress? Da geht es doch sowieso nur um Geld. Dann kriegt halt der, der das meiste Geld bezahlt, kriegt halt die meisten Punkte. Im Moment könnte man es ja noch nach Prestige machen. Es gibt ja durchaus Wettkämpfe, die ein hohes Ansehen haben, wo dann auch viele Top-Leute sind. Und wenn man auf jedem Kontinent, ich meine, klar ist für Europa jetzt blöd, wenn ich das so sage, aber wenn man auf jedem Kontinent dann fünf Wettkämpfe hat und sich da dann 50 Leute qualifizieren, so ungefähr, das ist doch auch nicht Sinn der Sache. Wir freuen uns ja, dass die Leute aus anderen Kontinenten jetzt auch eine Chance haben, aber das darf halt auch nicht sein. Und dann muss man halt die Punkte anders vergeben. Da gibt es halt Top-Punkte, also dass es Wettkämpfe gibt, wo du dann auf jeden Fall qualifiziert bist. Und dann gibt es halt welche, wo du dann halt vielleicht zu zwei oder drei Wettkämpfen gehen musst. Das ist ja für die Veranstalter auch super. Du musst dann halt zu mehreren Wettkämpfen gehen. Da musst du halt drei Shows machen. Also anders kann ich mir das irgendwie erklären, weil du kannst ja keinem verbieten, wenn er bezahlt, einen Wettkampf zu machen. Das möchte ich sehen, wo einer auf Geld verzichtet. Salute zusammen, bevor es weitergeht. Kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir von Gannikus, wir sind ja dafür bekannt, dass uns nichts entgeht, was die Fitness- und Bodybuilding-Welt anbelangt. Und dementsprechend haben wir uns dazu entschlossen, euch einmal pro Woche abzudaten in Form eines kostenlosen E-Mail-News-Newsletters. Warum sage ich News-Newsletter? Weil es wirklich ein echter Newsletter ist. Das bedeutet, in diesem Weekly-Update erfahrt ihr, was in der vorhergegangenen Woche in der Fitness-Szene los gewesen ist, welche Skandale gab es, wer hat welchen Wettkampf gewonnen, etc., etc. Also all der Stuff, für den wir seit Jahren bekannt sind. Wenn auch du dieses kostenlose Update haben möchtest, dann klicke einfach auf den Link in der Beschreibung und trage dich mit deiner E-Mail-Adresse ein. Ich freue mich auf dich. Mach's gut. Was sagst du zu der Idee, das hatte auch der Alexander Westermeyer, dass der amtierende Olympiasieger einer Klasse sich auch wieder qualifizieren muss für das nächste Jahr? Ja, also rein sportlich wäre das natürlich sinnvoll. Auf der anderen Seite ist es so, jetzt bin ich amstet. Gehe ich auf irgendeinen Wettkampf und wirst du doch nicht sagen, dass ich dein Erster werde. Aber du brauchst vielleicht, vielleicht reicht der eine Sieg nicht an Punkten. Ja, wenn es nach einem anderen System dann geht. Ja. Genau. Ja, das wäre natürlich eine andere Sache. Dann würde es wieder Sinn machen. Das würde es dir reinbringen mal, oder? Genau. Dann wäre es wieder spannend. Und du könntest dich nicht auf dem Titel ausruhen. Auf der anderen Seite ist ja so, die Leute, also die Leute wollen ja die Sieger vom letzten Jahr sehen. Und du möchtest das sehen. Die Hater wollen sehen, wie der Bumstett von irgendeinem weggemacht wird. Die Fans wollen sehen, wie der Bumstett wieder da ist. Also den Ersten, den Mr. Olympia zu setzen in dem Sport, das finde ich jetzt in der Show. Das finde ich jetzt gar nicht schlimm. Aber rein sportlich wäre es natürlich so, der hat natürlich einen Vorteil, weil er sich nur auf einen Wettkampf vorbereiten muss. Wir haben halt teilweise Top 5, oder? Aktuell ist Top 5. Ja, das finde ich jetzt unsinnig. Das finde ich total unsinnig. Ich weiß es jetzt nicht. Also nicht, dass mir jetzt nachher wieder jemand in den Kommentaren schreibt. Ich weiß es auch nicht. Das verändert es ja auch irgendwie jedes Jahr. Also es war mal Top 5, dann haben sie irgendwas gemacht von wegen Punkte. Nur der Erste, der Zweite muss sich schon wieder qualifizieren. Ich überblicke es auch nicht mehr. Aber man merkt, es herrscht da so ein bisschen Uneinigkeit auch darüber. Bei 40 gehen auch Top 5, wenn man jetzt auf 20 reduzieren würde, könnte man nicht fünf Plätze gleich setzen. Ja, das stimmt. Und man geht halt auch die Gefahr, wenn du sagst, der Gewinner muss sich wieder qualifizieren. Jetzt hast du einen Chris Bumstead, der hat ja wirklich, kann man sagen, auch nochmal das Social-Media-Game revolutioniert. Da kann es natürlich auch passieren, der sagt, Freunde, da mache ich halt nicht mehr mit. Von dir genug Geld braucht den Wettkampf da nicht. Ja, aber das müsste man halt riskieren. Ja, also ich bin auch der Meinung, da muss man halt sagen, gut, dann machst du halt nicht mehr mit, hast halt Pech gehabt. Also ich bin auch so, ich würde es auch so sehen. Aber man sieht ja, wie das jetzt auch läuft, kommen wir auch gleich dazu mit den Special-Invites. Du willst die Leute ja haben. Ja. Also sie merken, es funktioniert so nicht, wie sie es machen. Und anstatt sie aber so eine Revolution machen, in ihrem Verband, sagen sie halt, ja okay, lass uns einfach die einladen, die gut aus Poster passen. Genau. Machen wir eine Ausnahme. Ja. 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 Ja, es sind halt auch festgefahrene Strukturen überall. Ja, voll. Aber das ist halt so, keine Ahnung, festgefahren, das passt sehr gut zum Bodybuilding-Sport, finde ich. Zumindest aktuell noch. Es fehlen so ein bisschen frische Gedanken. Ich will jetzt nicht sagen, frische jüngere Leute, es fehlen frische Gedanken, weil du kannst auch frische Gedanken haben. Genau, es können auch alte Leute frische Gedanken haben. Eben. Und es können auch junge Leute in Strukturen reinwachsen und nichts dran verändern. Das siehst du, ich will jetzt keine Namen nennen, aber das ist ja fast schon eine Familien-Dynastie, die sich da aufgebaut hat bei der IFBB Pro League. Da willst du wahrscheinlich auch drauf hinaus, oder? Ja. Bisschen. Bisschen. Wir kommen gleich zur nächsten Frage, das passt sehr gut rein. Weil wir bleiben bei Alexander Westermeyer, der den Vorschlag gebracht hat, dass der amtierende Sieger sich auch qualifizieren muss. Tut dir das bei Athleten wie einem Alexander Westermeyer im Herzen weh, wenn sie der Elite Pro League den Rücken kehren? Was soll ich da sagen? Mir tut es in der Seele weh, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich interessiere mich nicht wirklich für die Männer Bodybuilding Elite Pro League, weil es verständlich ist, dass ein Athlet, der ein Potenzial hat, zu Olympia gehen will. Das war doch schon immer so. Machen wir uns doch nichts vor. Jeder Mann, der Bodybuilding macht, aus tiefstem Herzen und Wettkampfbodybuilder ist, träumt davon, egal ob er die Genetik hat oder nicht, träumt davon, dass sein Weg zu Olympia geht. Warum werden so viele Profis? Es wird doch heute in der NPC jeder Profi, da wissen wir doch alle, dass von denen keiner zu Olympia gehen wird. Aber es ist ihr Traum. Und warum soll man ihnen das nicht lassen? Warum in Gottes Namen soll man ihnen das nicht lassen? Und wenn man dann einen Athleten hat, wie den Alexander Westermeyer, der es ja auch noch schaffen kann, der noch die Genetik dafür hat und davon mitmachen kann, was soll der denn bitte bei der Elite Pro machen? Ich finde das super, dass wir das haben. Wir haben die Amateure, dann haben wir die Elite Pro und wenn man da rauswächst, dann geht man halt zur NPC und geht Richtung Olympia. Der Weg ist ja nicht verschlossen. Man kann ja erstmal bei seinesgleichen bleiben und gucken, da muss man nicht gleich den Sprung ins Profilager NPC machen. Man kann ja erstmal gucken, bei der Elite Pro kann man Preisgeld gewinnen, wahrscheinlich einfacher als wahrscheinlich bei der NPC und wenn man da rausgewachsen ist, geht man dann zur NPC und wir haben ja auch gute Leute, den Domi zum Beispiel, der ist ja ein guter Elite Pro um Gottes Willen, der könnte auch bei der NPC mitmachen. vielleicht macht er das auch irgendwann, aber wir haben keine, also wir geben ja unseren Athleten bei der Elite Pro keine Chance, sich weiterzuentwickeln und der Traum ist nun mal, wenn ich ein guter Bodybuilder bin, ich möchte gerne zur Olympia. Deswegen, ich kann es voll verstehen und bis vor kurzem war ich ja noch in dem gleichen Haufen, also ich fühle mich jetzt nicht, dadurch, dass sie sich gespalten haben, fühle ich mich jetzt nicht weg davon irgendwie. Das ist schwierig, für mich ist sehr schwierig die Situation. Ja, du musst das so differenziert sehen. Also du, so hätte ich dich auch eingeschätzt, natürlich würdest du dich freuen, wenn der Alexander Westermeyer Elite Pro Wettkämpfe macht und da den Sport repräsentiert, aber du weißt ganz genau, das ist dem sein Traum, der kann das schaffen, da kannst du jetzt nicht, also da musst du einfach auch so diesen emotionalen Faktor ausblenden und muss sagen, rein logisch und rein rational gesehen muss der den Weg gehen. Ja, und vor allen Dingen, manchmal, wir kennen uns ja gut und ich drücke ihm voll die Daumen und ich fieber mit, wenn er da startet und also da ist für mich jetzt nicht jetzt irgendwie so, oh, jetzt hätte ich ihn aber gern bei ihm, also, ich weiß doch, dass da kein Weg weiterführt. Ich denke mal, zum Beispiel Bikini-Athleten und so, die sind da wirklich gut aufgehoben, weil es ein ganz anderer Look ist, der da gefragt ist, auch unsere Figur-Athleten, die sind da gut aufgehoben. Gesünder, oder? Kann man sagen. Man kann es gesünder machen, das heißt nicht automatisch, dass sie es gesünder machen, aber man könnte und deswegen denke ich, die sind da gut aufgehoben und das ist was ganz anderes, aber als Mann, wenn ich im Bodybuilding nach oben kommen will, dann ist Olympia mein Traum und deswegen sehe ich da, also habe ich da auch keine, da schlägt mein Herz voll für die Olympia-Teilnahme. Was sagst du denn zur Zielsetzung, die der Alex rausgeposaunt hat, Top 6 Mr. Olympia, für dich realistisch, jetzt schon? Also das, ja, was heißt jetzt schon? Ich meine, er ist in den USA gestartet, bei den Kampfrichtern, die Kampfrichter, das haben sie ihm wohl gesagt, warum sollen die ihm das sagen, wenn es nicht möglich wäre? So sehe ich das. Also ein Feedback von den Kampfrichtern, das ist ja der Unterschied zu vielen Wettkämpfen hier bei uns, wenn man da von den Hauptkampfrichtern, von den entsprechenden, die dann auch bei Olympia werten, ein Feedback kriegt, dann ist das schon was wert. Also das muss man ganz klar sagen und das ist auch echt, also es ist kein so ein, siehst voll geil aus, so dieses typische Ami-Geschwätz, oh, du bist aber voll hübsch, ja, du bist auch voll hübsch und deine Brille, voll schön. Ja, sowas gibt es natürlich auch, aber wenn er, ich meine, der sitzt dann halt auch da und ruft die Vergleiche raus und der sagt nicht zu jedem, zu jedem nixbeliebigen, wenn du das und das noch verbesserst, dann bist du unter den Top 6. Also so ist es jetzt auch nicht. Der würde jetzt wahrscheinlich keinen vor den Kopf stoßen, aber so ist es jetzt dann wirklich auch nicht. Und ich denke, ganz einfach, dass das Potenzial auf jeden Fall da ist, weil er hat es schon gezeigt, wenn er einen solchen Wettkampf gewinnen kann, wo ich ein bisschen Probleme sehe, also jetzt ganz einfach politisch, ist, dass wir vier oder fünf Europäer in die Top 5 bringen wollen. also den Mike, den Urs, den Alex und den Fabian, vier. Oder habe ich einen vergessen? Ja, wollen wir. Ja, genau. Wie gesagt, ich sehe den Fabian da immer noch nicht. Fabian sehe ich leider da auch nicht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Genau. Aber das wäre ja unser Wunsch. Und wie soll man sich das denn vorstellen in Amerika? Ich meine, die haben ja auch Athleten. Also das sehe ich rein politisch nicht. Und da würde ich auch sagen, ist der Fabian der, der halt wahrscheinlich hinten runterfällt. weil die Härte, die der Alex bringen kann und die er bringen wird, weil der beißt durch, egal was kommt, die wird der Fabian nicht bringen. Nach menschlichem Ermessen, da müsste ein Wunder passieren. Kann man ja nicht vorhersagen. Aber so, was man bisher von ihm gesehen hat, der Alex hat Freude an der Bühne, der kann sich auch gut präsentieren, würde ich ihm das schon eher zutrauen. Ich dachte mir das auch. Also ich dachte erst, Top Ten ist ja schon super, sagte er selber auch. Und dann wurde er so ein bisschen kritisiert für diesen Top Sechs-Wunsch, dieses Top Sechs-Ziel. Aber ich dachte mir dann auch, was ich nicht wusste, weiß ich nicht, ob er das überhaupt jemals davor so deutlich kommuniziert hatte, dass die Judges ihm gesagt haben, wenn du das nochmal 5% besser bringst, dann bist du ein Kandidat für die Top Sechs. Was soll der Junge denn jetzt sonst denken? Also wenn ihm das jemand sagt, wieso soll der denn sagen, ja gut, die sehen mich dort, ich mich aber nicht. Das ist ja Bullshit. Ja, da muss man jetzt mal sehen, wie die Verletzung sich auswirkt. Natürlich ist immer der Wunsch, dass man das nicht sehen wird. Ganz klar. Das wünschen wir ihm natürlich auch. Und da, wo er in der Sportschule Chinesia, wo er da ist, da ist er sicherlich auch gut aufgehoben. Ich wollte gerade sagen, dir war das bestimmt ein Begriff da. Wie heißt der? Der Maurer Sepp. Genau. Ja, den kenne ich natürlich. Also die machen da wirklich tolle Sachen. wirklich, also da ist er gut aufgehoben. Und also wenn es da jemand hinkriegt, dann kriegen die es hin, dass man es nicht sieht. In Kombination mit seinem Coach, von dem ich ja auch große Stücke halte, denke ich mal, besser kann er nicht aufgehoben sein. Und da muss man gucken, was rauskommt. Und am Ende entscheidet der Tag X. Und da kommt einer, ein anderer ist super toll und ruckzuck können alle aus dem Finale raus sein. Also das weiß man doch alles nicht. Das sind ja alles Spekulationen, aber es ist auf keinen Fall unmöglich. Und solange es nicht unmöglich ist, kann man die Daumen drücken und kann hoffen. Punkt. Ganz einfach. Auch was, was wir gerade schon so angerissen haben. Hier fragt jemand, was ist deine Meinung zum Special Invite von Derek Lansford und allgemein zur Vergabe derartiger Spezialeinladungen? Ja, wir sind halt in einer Show und in einer Show wird das gemacht, was der Show dient. Rein sportlich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einer von den dicken Jungs wäre, da würde ich wahrscheinlich kotzen. Weil, also ich würde das dann so sehen, ja, da mache ich jetzt jahrelang die 212er auf einem gesundheitlich anderen Level, schone ich mich praktisch, ein paar Lebensjahre und dann sage ich irgendwann, da komme ich jetzt nicht mehr rein und jetzt kriege ich eine Einladung. Würdest du das wirklich pauschal so sagen, dass die Lebensjahre sparen? Nein. Weil ich hätte jetzt vielleicht gerade auch gesagt, mit der Entwässerung und dem Gewichtslimit. Nein, genau. Die sind so ähnlich dran wahrscheinlich. Logisch. Sehen die vielleicht so, ja. Logisch. Aber ich meine, ein höheres Körpergewicht, ein höheres Körpergewicht ist immer ein höherer Risikofaktor. dass die da weniger machen oder anders machen. Und das Entwässer kommt noch mit dazu. Aber trotz allem ist ja so, du hast dich ja nicht in der Klasse qualifiziert, wo die anderen halt immer in diesem hohen Feld kämpfen mussten und du wirst dann halt, der wird da reingeschoben. Sportlich gesehen, keine Ahnung. Aber wir sind ja nicht im Sport, wir sind in einer Show. Und der Show ist es dienlich. Weil er kommt in seine Klasse nicht mehr rein. Ich hätte es ihm gewünscht, dass er da nochmal reinkommt. Ich weiß auch nicht, wie das aussehen wird, wenn er da neben den Dicken steht, ob der da jemals fertig ist oder ob der da so halbgar ist. Keine Ahnung. Er hat das Potenzial auf jeden Fall so soft zu kommen. Ja. Und wenn der Druck weg ist, dann möchte ich es erstmal sehen, wie das aussieht. Aber wie gesagt, das ist ein Showfaktor und deswegen wird das Ding da vergeben und deswegen startet er da. Wir müssen ja sagen, ein Big Rami wäre nie Mr. Olympia geworden, ohne dieses Special Invite. Ja. Obwohl das ein bisschen anders war, finde ich, andere Umstände. Also er hat ja praktisch die ganzen sportlichen Leistungen erfüllt. Er hat halt nur die Qualifikation in dem Moment nicht machen können oder wie auch immer. Ja, es ist halt das Regelwerk, es ist halt doof gelaufen, wenn jetzt die deutsche Nationalmannschaft irgendwie im Viertelfinale beim Fußball Corona hat, das halbe Team, dann sagst du auch nicht, ja gut, eigentlich wäre es schöner als Saudi-Arabien, euch im Halbfinale zu sehen, aber. Genau, deswegen sind wir da ja nicht im Sport, sondern in der Show. In einem Sport wäre es nicht passiert. Aber das Erfolg möchte es doch. Was hätte denn der Olympia ohne den Rami für eine Bedeutung gehabt? Schwierig. War auf jeden Fall der wichtige Athlet zu der Zeit. Ja. Sonst hätten wir es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Da frage ich mich halt, ist der Derek Lansford wirklich der Athlet, den man jetzt braucht, um diesen Wettkampf besser zu machen? Nein, das ist er sicher nicht. Die Show besser zu machen. Das ist er sicher nicht, aber es geht um vorher, da wird halt gesprochen und so, kriegt der die Einladung und das ist einfach, da gibt es Gespräch darüber und immer, wer es im Gespräch ist, ist es interessant und kann der sich da schlagen und muss man den da nicht zurück und jeder diskutiert und das ist einfach nur scheppern. Ich spiele jetzt trotzdem mal, wie man so schön sagt, Devil's Advocate und sage, finde ich nicht gut mit dem Special Invite, aber ich finde auch, ein Derek Lansford, der hätte kein Special Invite gebraucht, weil ich jetzt persönlich das so sehe, dass man 2-12er und offene Klasse auf einem Level ansiedeln sollte und wenn jemand den 2-12er Olympia gewonnen hat, dann gehört der für mich, wenn er das möchte, auch in die offene Klasse, weil einfach der Abstand nicht mal unbedingt da sein muss. Sehe ich jetzt einen Hardy Choupan, der ist auch direkt von der 2-12er sozusagen in die offene gegangen und hat da sofort eine Top-3, Top-4-Platzierung gemacht. Also wenn du jetzt einen Sean Clarida nimmst, der wird nicht außerhalb der Top-10 landen, wenn der in der offenen Klasse startet. Gehe ich dir Brief und Siege. Also das ist jetzt kein Men's-to-Siege-Athlet, der sagt, okay, ich habe jetzt gewonnen, ich bin jetzt irgendwie mit Brandon Hendricks und ich will jetzt in der offenen Klasse starten. Nein, das sehen wir ja auch am Kamal. Also der hat sich ja auch tapfer geschlagen. Eben. Das sehe ich überhaupt gar kein Problem, dass die da den großen Jungs Angst machen können, glaube ich auch. Die Frage ist nur, warum habe ich dann 2 Klassen? Ja, und was ist das für ein Regelwerk? Also wieso setzt sich da nicht mal einer von der Familie dahin und sagt, ich mache mal ein Briefing, also ein bisschen so, keine Ahnung, Briefing, wie sagt man, setze mich hin und mache mal ein bisschen Brainstorming. Brainstorming, ja. Brainstorming so und überlege mir mal, ob das so Sinn macht, was wir da jetzt bisher gemacht haben oder ob man das vielleicht nicht ein bisschen optimieren kann und da gebe ich dir auch Brief und Siegel, nach 4 Stunden gehst du da raus und findest ein paar Sachen, die sehr viel mehr Sinn machen als das, was aktuell praktiziert wird. Frag mich, warum sie das nicht machen? Das kommt ja bloß dem Sport zugute. Also wenn du jetzt sagst, ein Sean Clarida, ein Kamal El Ghani beispielsweise, ein Derek Lansford, die können sich es aussuchen, weil die sind quasi bei den dicken Jungs, die kochen ja nur ab, die könnten mit 2-3 Kilo mehr vielleicht besser aussehen. Sie kochen nur ab, weil sie dann in die 2-12er kommen. Ja, das wird sicherlich irgendeinen Grund haben, der uns jetzt hier nicht aktuell so einfällt. Also wahrscheinlich irgendwas Finanzielles, aber keine Ahnung. Kann ich sagen, irgendwas mit Geld vielleicht wieder. 100 Prozent. Will da etwa jemand den Sport gar nicht in den Vordergrund rücken? Stell ich mir da als Frage. Vielleicht nur sein eigenes Portemonnaie, eventuell. Habe jetzt wieder ich gesagt, ich weiß. Nee, also ich glaube schon, dass da, das ist eine Privatveranstaltung. Mhm. Und da geht es in allererster Linie um Geld verdienen. Wir reden jetzt hier nicht von einem gemeinnützigen Sportverband. Ich finde, das ist es auch, wenn du drauf guckst, auch so ein Dan Solomon oder sowas. Das ist ja, das ist ja sein Geschäftsmann. Aber die tun noch gar nicht so. Weil du es wieder redest. Nee. Also ich finde es schlimmer, also ich jetzt setze mich auch in die Nesseln, ich finde es schlimmer, wenn Bayern München eine praktisch eine gemeinnützige Abteilung hat und eine kommerzielle und das abspaltet, damit sie da irgendwas machen können. Oder wenn die sagen, wir sind so, wie wir sind und das ist halt Show und Kommerz. Da macht doch keiner einen Hehl draus. Das ist doch, finde ich, der bessere Weg. Also dann zu sagen, ja, also wir haben da jetzt diesen Vereinsteil und den kommerziellen Teil und den spalten wir ab, damit wir da die Vereinsgeschichten drin machen können. Das finde ich heuchlerisch. Ja, wenn du das so sagst, dann finde ich das gut. Aber wenn ich, so wie ich mich erinnere, ich bin da glaube ich auch in der Newsfolge drauf angegangen, hat der Dan Solomon ja gesagt, ja, der arme Derek Lansford, der ist viel zu schwer, wenn der jetzt noch abkochen müsste für die 2-12er, das wird dem gesundheitliche Probleme machen. Deswegen gibt man ihm den Special Invite, dass er in die offene Klasse gehen kann. Aber das ist super viel gesünder natürlich. Da haben wir nämlich Derek Lansford was richtig Gutes getan. Der arme Junge, da sparen wir ihm jetzt drei Monate seines Lebens. Was ist das denn? Also, dass da menschliche Dinge mit eine Rolle spielen, das will ich ja den Leuten gar nicht absprechen. Aber man muss auch immer eine Argumentation für alle Entscheidungen finden. Da sagst du das Richtige. Da hat man eine gefunden. Da haben sie sich hingesetzt und haben gesagt, wie kommunizieren wir das jetzt am besten im Marketingprozess und reden uns das schön, warum wir das jetzt so gemacht haben. Und was da in welchem Kopf vorgeht, das wage ich jetzt hier nicht. Also, wer da jetzt vielleicht gesagt hat, oh, das ist bestimmt besser für ihn. Wer es menschlich gemeint hat und wer nicht, das ist ja, er schließt sich uns ja nicht. Nee. Aber das fand ich dann auch lustig. Gerade weil du ihm sagst, er hat ja nicht wirklich einen Benefit davon, wenn er da startet. Mhm. Also, wir brauchen ihn ja nicht wirklich in der offenen Klasse. Nee. Wo siehst du ihn denn? Ja. Schwierig, oder? Also, er wird auf keinen Fall unter die Top 6 kommen. Glaube ich auch nicht, wobei er das Potenzial schon hätte, aber ich glaube, jetzt noch nicht. Nein, der wird nicht fertig sein. Es war auch so sehr, und er war so sehr, war einfach auch zu lange in der Schwebe. Also, sie haben sich auch zu langsam entschieden, fand ich, dann mit dem Special Inwight. Ja. Ja. Nee, glaube ich nicht. Nee, Top 6, glaube ich, es ist auch zu dicht jetzt. Dieses Jahr. Genau, es ist nämlich ein ganz schön angewachsenes Feld. Also, ganz schön zusammengerückt, ja. Ja, gerade wenn du jetzt siehst, diesen Andrew Jack beispielsweise, auch diesen Quinten, Quinten Beastwood, ja. Keiner als Samson Dowda, sehr spektakulär. Bis auf die Lattpose von vorne, sonst gefällt er mir gut, Lattpose von vorne geht gar nicht, aber, ja. Sonst sieht er wirklich spektakulär aus, ja. Ja, und dann haut dann alle noch rein, Hunter Labrada, Nick Walker, Hadi Chupan, Brent Curry, Big Rami sowieso. Da wird's schon, da frage ich mich halt echt, warum brauchst du jetzt den Derek Lansford, um das irgendwie zu einer Show zu machen? Das ist das falsche Jahr eigentlich, um ihn da jetzt reinzuwerfen. Kann er nur verlieren. Da weiß man nicht, was da jetzt wirklich die Hintergründe sind, warum das jetzt passiert. Es gab vielleicht auch keinen anderen, dem man das geben kann. Ja, ich hatte ja, da der Flex hier raus gewesen ist. Ja, eben, ist irgendjemand auf der Liste, wo man jetzt sagen muss, der hätte es jetzt eher bekommen sollen? Also, dieses Jahr sind schon echt sehr viele qualifiziert. Der kann man auch. Einfach so. Ja, den wollen sie da auch nicht haben. Das haben sie ihm auch relativ deutlich gezeigt. Das haben sie ihm genau mit der Platzierung gezeigt. Du bleibst mal schön da. Du bleibst mal schön da. Das war eindeutig. Also, die Platzierung war eindeutig. Die haben ihm gezeigt, Masse ist entscheidend. Da kannst du mit deiner Form kommen, wie du willst. Du bleibst da, wo du hingehörst. Das habe ich genauso wahrgenommen. Achim Williams ist halt einfach ein Fleischberg. Ja. Den wollen wir haben. Genau. Ja. Du bist halt hart. Schön. Gehen die zwei Zäufer. Überleg dir gut, was du machst. Ja. Wir geben dir mal eins drüber, damit du weißt, wo du hingehörst. Ja. Der Typ ist 50. Wie alt ist er? 51. 51. Trotzdem. Also, der ist trotzdem mit der Top-Favorit auf die 212er dieses Jahr. Trotzdem. Weil ja, der Derek Lantz wird das weg. Was hast du dann noch? Sean Clarida. Ja. Was hat man ja schon mal? Ein bisschen vom Typ her, ein bisschen breit in der Mitte und ein bisschen flach. Also, er ist mehr so der Flut. Er ist halt brutal. Er ist nicht schön, er ist brutal. Ja. Aber er ist wirklich spektakulär. Ich meine, ich kenne ihn ja seit er Amateur, seit er Amateur-Weltmeister geworden ist. Wir kennen uns ja gut. Und ich bin wirklich vom Herzen Fan und ich würde es ihm sehr, sehr wünschen. Ich auch, definitiv. Kommen wir zu den Deutschen nochmal. Hier fragt jemand, was sagst du zur Entscheidung, ganz frisch, was sagst du zur Entscheidung von Roman Fritz, nach drei Wettkämpfen einen Schlussstrich zu ziehen und wieder in den Aufbau zu gehen? Ja. Und die Kündigte waren ja zehn. Ja. Glaube ich elf. Also, das war die einzig sinngebende Entscheidung, das sein zu lassen. Und ich hoffe für ihn, dass er einen Coach hat, findet, oder wie auch immer, der ihm die Angst, in der Off-Season nimmt, fett zu werden. Dass er mal eine Aufbaufase macht, die auch den Namen verdient, wo mal ein Strich verschwindet und wo er mal den Kopf ausschaltet und die Verantwortung jemand anderem gibt, der ihn durch eine Off-Season bringt, die einen Muskelaufbau wirklich als Folge hat. Weniger Training, mehr Essen, mehr Ruhe und mehr Muskeln. Das würde ich ihm wünschen. Mir fällt kaum eine Person ein, dem das so schwierig fällt, glaube ich, wie Roman. Das abzugeben, diese Verantwortung abzugeben. Ich glaube, da ist er genau der Typ, der das überhaupt nicht kann. Genau. Und ich kenne diese Art von Athleten. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber er wird sich angesprochen fühlen. Er hat dann auch schon mehrfach den Coach gewechselt, weil er immer jemanden gesucht hat, auf den er dann letztendlich hört, dass man in der Off-Season auch mal zunehmen muss. Und es hat aber bis jetzt noch bei keinem Coach geklappt, wenn es im Kopf nicht verankert ist. Aber da musst du jemanden finden, der es schafft, dir Scheuklappen aufzuziehen und der dich da durchführt. Ich meine, da der Roman ja ein intelligenter Mensch ist, müsste doch beim Durchschauen der Bilder ihm klar geworden sein, woran es gefehlt hat. Dann müsste er Rückschlüsse ziehen können, was man in der letzten Off-Season hätte anders machen müssen, um anders da oben zu stehen. Ich meine, mit mehr laden, das hat ja schon mal funktioniert, aber man kann halt keine nicht vorhandene Muskulatur aufladen. Also muss man in der Off-Season, wenn man nochmal starten möchte, in der Off-Season dafür sorgen, dass man ein anderes Paket zu Beginn der Diät hat. Das geht nur mit einem Coach, wenn ich selbst meinen Kopf nicht freikriege. Ich glaube, das hat er jetzt durchanalysiert und festgestellt. Zumindest hat er es gesagt. So kam es bei mir rüber. Zwischen Sagen und Machen ist in so einem Kopf eine Welt. Und da brauchst du halt einen Coach. Der muss, also ein Coach für den Roman, der muss ja nicht fachlich der Überflieger sein, sage ich jetzt mal. Der muss mental in seinen Kopf reindringen. Da muss er reinkommen. Und dann muss er den Roman ausschalten da oben und blind durch die Off-Season bringen. So ein Coach muss es sein. Wen siehst du denn da? Wer fällt dir denn ein, der Roman Fritz-Kortschen könnte? Vor dem der Roman genug Respekt hätte. Der Roman muss ja Respekt vor ihm haben. Also ich meine, ich hätte ja eigentlich gedacht, dass der Chris das hinkriegt. Aber der Chris scheint wohl auch nicht zu ihm durchgedrungen sein. Ich habe es in manchen Videos mal gesehen, wenn er ihm so über den Mund fährt, dann denke ich mir, dass ... Zu gut befreundet, ich glaube, zu nah beieinander vom Alter auch. Genau, zu eng. Ja. Eigentlich müsste er zu Markus gehen, wenn Markus jemanden vorbereiten würde. Weil da sehe ich immer, da höre ich immer so ein bisschen raus, diesen Fan-Moment noch. Das sehe ich immer so. Auch jetzt hat er neulich ein Bild hochgeladen, wo er, glaube ich, Junior den Titel geholt hat, neben Markus, der schon 135 Kilo Profi war, so gefühlt. Vielleicht ist da diese Ehrfurcht da, einfach vor dem Idol. Ich weiß gar nicht, ob Markus das machen würde. Ich weiß gar nicht, ob der Markus den Anton vorbereitet. Angeblich steht doch als Coach Markus Rühl. Ja? Ich weiß nicht, da bin ich jetzt gerade wirklich überfragt, aber das könnte ich mir vorstellen. Ja, aber ich weiß nicht, ob der Markus irgendwelche Späße da mitmachen würde, wenn der sagt, ist das? Frisst das Maschuhl? Wahrscheinlich schon schnell vorbei. Oder Roman sagt, ja, habe ich schon alles ausprobiert, funktioniert bei mir nicht, mache ich mal was anderes. Ja, weiß ich nicht. Das ist schwierig. Er war ja auch schon bei vielen international. Ja, ich weiß nicht, wie der Mensch strukturiert sein müsste, dass der das hinkriegt. Mir fällt kein Name ein. Das ist echt schwierig. Das ist super schwierig. Aber ich sehe wirklich gerade dieses Bunkertraining ohne Trainer, so sehr das machen, was man immer gemacht hat, das ist sehr, sehr, sehr selbstmanipulativ. No Chance für irgendwelche Situationen. Wir kennen das ja alle selbst, wenn du dich selber irgendwie beurteilen musst. Wir sind so gestrickt, blöderweise, auch wenn wir noch so diszipliniert sind, uns noch so sehr kastein in irgendeine Richtung. Wir sind halt dazu gestrickt, uns selbst zu beliegen. Ja. Nicht mal absichtlich. Nicht mal absichtlich. Ich würde da jetzt niemandem irgendwie Absicht vorwerfen. Nein. Wir sehen uns jeden Tag im Spiegel und wir können das sehr, sehr gut. Der Mensch kann das sehr, sehr gut, sich selbst belügen und sich selbst Dinge einreden, dass sie anders sind. Und gerade die ehrgeizigen Menschen, ich habe ja auch mit dem Alexander gesprochen, der hat dann auch gesagt, ja, sage ich ja, vielleicht wäre es mal ganz ruhig, wenn man mal einen Tag Pause hätte. Also nicht jeden Tag trainiert und so. Also gerade die ehrgeizigen, die dann sagen, ich muss trainieren gehen, weil ich will am Ende der sein, der am allermeisten gegeben hat. Und so schätze ich den Roman auch ein, er muss der sein, der am allermeisten trainiert hat und am allerhärtesten Diät gemacht hat. Aber dass das nicht zielführend ist, weil es nicht das Beste ist. Nicht immer der, der am allermeisten macht, ist der Beste. Und da diesen Kreislauf zu durchdringen, ich glaube, das ist schwierig. Du brauchst eigentlich die Einstellung, immer wirklich das Maximale zu geben. Nur darfst du es nicht in Quantität messen, sondern du musst sagen, für mich jetzt, die größte Herausforderung, das Maximalste zu geben ist, statt sieben Tage die Woche zu trainieren, nur fünf Tage die Woche zu trainieren. Das ist einfach mental so schwierig für mich. Wenn ich das jetzt durchbreche, diese Grenze, dann habe ich wirklich alles gegeben. Dieses 80 Mal die Woche trainieren, das ist nicht alles geben für diese Menschen. Das ist für die einfach, weil das liegt denen. Ja. Ja. Das ist sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Was sagst du dazu, dass er sich jetzt dazu durchgerungen hat? Weil man könnte ja jetzt auch argumentieren, ich glaube, da waren auch viele enttäuscht, viele waren wirklich sauer. Du hast ja dann gesagt, jetzt fällt er um, jetzt hat er gesagt, zehn Wettkämpfe macht er, jetzt macht er bloß drei. Warum jetzt? Also genau die, die kommentiert haben, dir fehlt eine Muskelmasse, die haben jetzt gesagt, jetzt hast du doch gesagt, du machst zehn Wettkämpfe und machst keine zehn, machst bloß drei. Also das finde ich wirklich, das finde ich grenzwertig, so zu argumentieren. Also die Menschen, Menschen sind schlecht und Menschen sind böse und da kann man doch nur sagen, wenn ich es dreimal probiert habe und ich sehe, dass es nichts wird, also nicht das wird, was ich mir vorgestellt habe und ich keine Chance sehe, beim vierten Mal irgendetwas zu verändern, so dass es so wird, wie ich mir das wünsche, dann ist doch alles andere hirnrissig, dann ist doch das ein Zeichen von Intelligenz, wenn ich einsehe. Das wird in diesem Jahr nichts. Ich muss da was ändern, sonst komme ich auf keinen grünen Zweig. Da kann ich mit dem Kopf durch die Wand noch zehn Wettkämpfe machen, nur weil ich, mein Gott, ey, was kann man der Community alles versprechen? Ist doch schön, dass er am Anfang gesagt hat, zehn Wettkämpfe. Alle haben sich mit ihm gefreut. Dann ist es halt anders gekommen. Ja. Das sind wir wieder bei der Definition von Wahnsinn. Immer dasselbe tun und andere Ergebnisse erwarten. Ja. Das ist doch Quatsch. Also es ist doch wirklich Quatsch. Würden andere Leute doch auch nicht so machen. Also wenn du es weißt, dass es nicht reicht und ich bin ja wirklich so und ich mag den Roman sehr sogar, dass ich sage, es wäre, glaube ich, so schwierig geworden, selbst mit zehn Wettkämpfen sich über Punkte zu qualifizieren. Und dann wirst du letzter bei der Olympia. Fair enough, dann zu sagen, ich stehe auf der Bühne, wenn das dein Ziel ist und 16. zu werden, von mir aus, wenn du es dann geschafft hast. Aber ich glaube, selbst das war schwierig geworden, sich mit Punkten zu qualifizieren. Weil auch da haben jetzt beispielsweise Leute wie ein Justin Rodriguez, der jetzt wieder startet am Wochenende in Nevada, in Las Vegas oder Reno oder wo das ist, der hat schon relativ viele Punkte und hat auch schon einige Wettkämpfe mitgemacht. Das ist halt ein anderes Kaliber, trotzdem ein Athlet. Und der kämpft jetzt gerade um Punkte für die Qualifikation. Das war ja auch nie im Roman sein Anspruch. Ich meine, man kann doch sagen, ich habe zehn Wettkämpfe vor. Wo ist denn das Problem? Man kann doch mal auf den Putz hauen und es war doch in seinem Kopf, es läuft gut. Und dann läuft es halt nicht so, wie man sich denkt, dann muss man halt neue Entscheidungen treffen. Andere Leute, die treffen erst gar keine Entscheidung in ihrem Leben, die dümpeln da vor sich hin, haben keine Vision und denen kann man dann auch nichts vorwerfen. Das sind die in der Kommentarspalte meistens. Ja, genau. Ja. Gut, das Thema auch auch abgehakt. Nächstes Problem, Kind. Steve Bentin hat in seiner Story gesagt, dass er das Problem mit seinem Gluteus erst mal allein in den Griff bekommen möchte. Also mit konventionellen Maßnahmen, sei es jetzt eine Diät und so weiter und so fort. Deine Meinung dazu, ist das überhaupt möglich? Der Steve kennt sich und seinen Körper sehr gut. Der Steve weiß auch, wie der Popo dahin gewachsen ist. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass er zu viel Müll isst. Ich wollte gerade sagen, mich schnitten. Und andere Dinge. Und wenn man das in den Griff bekommen könnte und das clean angehen könnte, dann wäre es sicherlich da noch was zu verbessern, weil dieser Popo verträgt das nicht, diese Schwankungen. Das kann der nicht mehr ab in dem Alter. Das ist einfach so. Dann könnte man da sicherlich was verbessern, inwieweit das noch abzubauen ist. Das wage ich hier von der Ferne nicht zu beurteilen. Ich habe es schon lange nicht mehr angefasst. Normal fasse ich immer mal hin, da kann man das spüren. Aber ich habe es schon lange nicht mehr angefasst. Ich hoffe, es kommt hin, wenn er, aber er hat ja jetzt die neue Freundin und die neue Freundin, die ist ja eine. Die hat er, glaube ich, nicht mehr. Das ist ja das Problem. Das ist ja genau das Problem. Die hat er ja gesagt, wir nehmen den Steve und schleifen ihn zur Kryotherapie, sozusagen. Ja, und er hat auch mit der Ernährung das alles mal. Okay, okay, jetzt bin ich schon wieder nicht up to date. Ich weiß gar nicht, ob er mit der neuen Freundin, die er hatte, die jetzt, glaube ich, schon mittlerweile wieder in der Vergangenheit ist, ob er da diese Wettkämpfe überhaupt gemacht hätte, die er jetzt geplant hat. Es ist halt sehr wenig Zeit auch bis jetzt zu diesen Wettkämpfen, um diesen Missstand, den er da hat am Hintern, zu beheben. Ich glaube halt, ich nenne es jetzt mal so liebevollen Missstand, aber es ist ja sicherlich auch, also ich denke mir immer, man sagt ja auch beim Training, eine Bewegung zu lernen dauert so und so lange, aber eine falsche Bewegung rauszubekommen und dann wieder richtig zu lernen, das dauert halt exorbitant viel länger. Das ist bei Posing auch so. Genau, und jetzt sind wir ja, weil wir ja wirklich von, wir reden ja von Bewegungsmustern, die man da lernen oder neu erlernen muss. Jetzt sehe ich das auch so bei einem Körper, den man jetzt, ich sage das jetzt, zum Glück ist das Tiefweiner, der immer nicht böse ist, aber den man jetzt geschunden hat durch diese Auf und Abs mit diesem vielen Essen, mit diesem ganz, ganz, ganz wenigen Essen, also der trinkt ja dann teilweise irgendwie nur noch Clear-Way-Shakes und isst gar nichts mehr, wo ich mir denke so, boah, da ist mir klar, warum du nachher zwischendurch mal 20 Milchschnitten brauchst, weil der Körper ist ja wirklich komplett platt, der hat ja gar nichts mehr. Das sind so Extremmaßnahmen. Genau, und da frage ich mich halt, ist es möglich, in zwei Monaten zu sagen, ich behebe jetzt diesen Missstand mit dem Hintern, weil das ist ja sehr, sehr lange dahin gewachsen. Wenn der konsequent, clean, ohne Schwankungen wäre, könnte man sicherlich an diesem Hintern noch einiges machen. Wie viel, das, wie gesagt, wage ich mir keine Fernprognose. Ich hoffe, er schafft es. Ich würde es ihm sehr, sehr wünschen. Ich meine, der kann ja beißen. Ich verstehe halt immer nicht, wie jemand, der so eine Strecke mit 1700 Kalorien aushält, warum der sich nicht sagt, ich esse 2000 und dafür dauerhaft. Da hätte ich doch viel mehr von. Oder vielleicht sogar 25, wenn er halt nicht immer zwischendurch eskaliert. Beim Steve sehe ich halt das Problem, was ich beim Roman sehe, noch viel krasser, weil er halt noch einige Jährchen älter ist. Du hast halt irgendwann nicht mehr dieses, ja, lass uns mal nochmal eine Saison probieren. Lass uns mal nochmal probieren. Irgendwann musst du halt sagen, so gut, dann gehen wir jetzt zum Arzt und lassen das Zeug da raussaugen. So nach dem Motto, weil es geht jetzt hier um einen sehr, sehr versöhnlichen Abschluss meiner Bodybuilding-Karriere. Und ich weiß nicht, auch wenn sich das so doof anhört mit diesem Fett absaugen oder Fettzellen einfrieren lassen, das hört sich ja echt so ein bisschen, weil das irgendwie niemand kommuniziert, dass er das schon mal hat machen lassen oder weil es nicht so gängig ist. Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Aber es hört sich immer so krass an. Es hört sich so nach Schönheits-OP, nach, ich will eigentlich nicht arbeiten, ich will es mir bloß absaugen. So hört sich das ja so ein bisschen an, ob man nicht einfach zu viel Angst davor hat. Ich weiß nicht, es hört sich immer so an oder es fühlt sich für mich so an, als würden die Leute denken, ich packe das ganz hinten auf die Liste, aber dann ist es halt vorbei. Und willst du dir dann irgendwie in drei Jahren mit 45 vorwerfen, ich habe es nicht probiert, weiß ich nicht. Also ich würde halt die Register ziehen. Das ist ja auch so eine, kann man sagen, minimalinvasive Möglichkeit, das da rauszubekommen. Klar kannst du jetzt auch einen Airbrush benutzen irgendwie und Streifen hinzeichnen, aber das ist ja jetzt auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Nee. Nee, aber wie gesagt, da bin ich jetzt völlig überfragt und ich habe auch nicht gewusst, dass sie sich getrennt haben. Im Gossip bin ich immer weiter als du. Ja, das kriege ich mir zu mit, ja. Stimmt. Ich dachte, die hat ihn da jetzt so, die hat ihn jetzt da so am Öhrchen, am Ohrläppchen und zieht ihn da jetzt so dahin. Und auch in die Essensschiene, habe ich gedacht, weil sie ist ja doch Clean-Eaterin gewesen. Auf jeden Fall. Das musst du als Bikini-Profi-Athletin, glaube ich. Ja. Wenn da nicht clean ist. Da kannst du dir keine Späße erlauben. Keine drei Milch-Schnitten. Nicht mal zwei wahrscheinlich. Nicht mal hingucken. Ja. Ich bin gespannt. Wir kommen zur letzten Frage. Ich meine, das ist so, ich meine, es ist gefragt aus Sicht einer Kampfrichterin. Hier fragt nämlich jemand, Primetime Dorian Yates gegen Primetime Ronny Coleman und Primetime Flex Wheeler. Wen hat Martina auf dem Punktezettel vorne? Also, aus Sicht der Kampfrichterin, wenn ich das sagen muss. Da gibt es ja irgendwie so wahrscheinlich keine Kompromisse, oder? Ne, dann ist Ronny ganz eindeutig. Ich habe es mir gedacht, es ist so relativ unspektakulär. Die Frage hört sich so super spektakulär an, aber so nach Bodybuilding-Kriterien schwierig. Ich meine, ich habe, wie gesagt, das habe ich ja schon öfter, glaube ich, mal erzählt, dass ich ja immer auf den Flex gewettet habe, wieder besseren Wissens und dafür jedes Mal gestraft worden bin und gescholten. Deswegen, also ich hätte das jetzt durchziehen können, hätte sagen können Flex, aber da, also aus Sicht der der Kampfrichterin, dazu ist er einfach nicht spektakulär genug gewesen. Zu schön, zu gleichmäßig. Und da, der wäre wahrscheinlich sogar hier auf Platz drei. Zu perfekt. Zu gleichmäßig, nichts, oh, ist einfach schön und gleichmäßig und das ist in dieser Freakshow, wahrscheinlich wäre der hier von den dreien tatsächlich auf Platz drei. War es bei Dorian schon so, ich glaube, man kann das sagen, dass die mit, einem ähnlichen Waffenarsenal hantiert haben wie jetzt Ronny Coleman, kann man das sagen? Auf jeden Fall hat es da einen Sprung gegeben. Also zu Dorian hin gab es einen Sprung, dann nochmal einen Sprung zu Ronny, aber ob das das gleiche Waffenarsenal war, boah, schwierig zu sagen, vielleicht nicht ganz. Ja, weil ich frage mich nämlich immer, du musst ja, also das ist ja super, das geht nicht, du kannst nicht unterschiedliche Generationen miteinander vergleichen. Jetzt war ja die Ronny Coleman-Generation quasi anknüpfend an die Dorian Yates-Generation. Was wäre aber passiert, wenn Dorian Yates zehn Jahre jünger wäre oder einfach in der gleichen Ära gestartet wäre? Wenn der dasselbe gemacht hätte wie Ronny Coleman, wäre das dann vielleicht nicht sogar spannend geworden, weil der Dorian Yates hat natürlich viel gemacht, natürlich, aber der wird auch nicht mehr gemacht haben als alle anderen. Wenn es jetzt aber jemanden gegeben hätte, der alles gesprengt hätte und der hätte mitziehen müssen, ob der nicht auch noch weitergekommen wäre von der Dimension. Ja, aber da muss man auch sehen, der hat ja auch die Genetik zum Reißen gehabt, also der ist ja wirklich auch alles weggerissen, was weggerissen ist. Das hatte der Ronny gar nicht, gell? Deswegen. Stimmt, das hatte der gar nicht. Das weiß ich nicht, das kann ja auch an der Auswahl der Substanzen gelegen haben oder, ich meine, der hat ja immer auch sehr schwer trainiert, also da kommen ja viele Sachen zusammen, aber ich glaube nicht, dass man den so fleischig vollgekriegt hätte. So doch wie ein weißer Athlet. Genau, das hätte eine andere Muskelstruktur gegeben und er hätte bestimmt am Schluss auch wieder ein bisschen mehr auf Härte setzen müssen. Ja, ich glaube es nicht. Also das ist ja eine reine Vermutung, aber wie gesagt, es ist halt sehr viel weggerissen und das ist glaube ich schon auch Genetik, nicht nur Substanzauswahl. Also Punktezettelmäßig würdest du wirklich dann trotzdem sagen, Ronny auf 1, Dorian auf 2 und Flex auf 3? So sehr mir das Herz blutet. Ja, okay, aber rein geschmackstechnisch, du bist ja ein Dorian-Fan, aber du bist ja trotzdem auch ein Dorian-Fan. Ja, der war halt ein Freak. Also ich meine, aber ich muss eins erst sagen, in Dortmund, da waren wir live da vor Ort, Dortmund oder Duisburg, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und da hat mein Ex-Mann, der hat Öl drauf gemacht auf ihn und der hat gesagt, die Beine sind wirklich dünn. Der kann die nur gut stellen und dann haben wir das gesehen, tatsächlich, wenn der die Beine nicht angespannt hat, waren die im Verhältnis, der hat natürlich keine dünnen Beine gehabt, aber die waren im Verhältnis dünn und wenn der rausgekommen ist und hat dann die Knie nach außen gedreht, dann sind die so rausgeploppt. Aber in Realität hat er sie nur gut zu stellen gewusst. Präsentation ist alles. Aber der war schon, Dorian, jetzt wahrscheinlich auch einer, von dem man sagen muss, gerade auch aus der Ära, wenn du jetzt einen Flex Wheeler und einen Ronny Coleman daneben stellst, einer der, die schon gut rausgekommen sind da, oder? Ja. Man weiß jetzt nicht, wie es innen aussieht, klar, weiß nie, aber so von dem Eindruck, den er macht, auch wie er so das kanalisiert hat und verlagert hat, seinen Schwerpunkt, auch seine Interessen, sieht sehr gesund aus. Genau, ich habe so, Dennis Wolf, der ihm da so ein bisschen nacheifert, so gefühlt. Also ich habe ihn viele Jahre später nochmal getroffen auf einer Frauen-WM, da hat er bei uns mit am Tisch gesessen, war übrigens sehr unhöflich, aber ist wurscht. Da ist er bei mir in der Achtung gesund. Das ist ein Engländer. Ja, aber zu den Mädchen, die sein Beutelschema waren, war freundlich, nur zu mir, weil ich schon zu alt und zu schwer war. Das ist ein Engländer. Ja, okay. Spaß. Nein. Meine Freundin ist halbe Engländerin, ich sage das jetzt nur aus Spaß. Das schneiden wir dann besser raus. Das ist nichts Rassistisches. Nein, da hat er schon dieses Kampfsportstudio auf Mallorca, glaube ich, oder wo das war, und da hat er schon Downsizing gemacht gehabt und da war er schon Keine Ahnung, irgendwo da in Spanien. Wir waren jedenfalls in Spanien auf der WM und er war dann halt auch da. Und da hat er schon dieses Downsizing gemacht und hat halt schon diesen Weg bestritten. Also da habe ich schon gedacht, ja, der macht das richtig. Und dann haben wir ihn danach später nochmal wieder getroffen. Also er sieht halt, man macht sich nicht so Sorgen, wenn man ihn sieht. Also bei manchen, wenn man die dann wieder trifft nach vielen Jahren, dann denkst du sie, aber bei ihm nicht. Lee Priest habe ich zum Beispiel auch mal gesehen, macht man sich auch keine Sorgen, sieht auch sehr gut aus. Manche, die man so auf der Arnold Classic oder so trifft, die sehen echt noch frisch aus. Andere, da hängt man sich, oh Gott. Da sind ein paar Kandidaten jetzt dabei, wo man auf jeden Fall sagen muss, da wird ein Masters Olympia, der ja glaube ich 2023 wieder kommen soll, sehr spannend. So ein Lee Priest, Victor Martinez, vielleicht auch nochmal Dexter, vielleicht, also definitiv, gebe ich den Brief und siege den Kamal. Ja. Der muss das Ding eigentlich gewinnen, der ist ja gar nicht raus aus der Karriere. Na genau, der kommt ja nahtlos rein. Genau, also das wird schon, aber was da für Leute noch stehen, wie die aussehen werden, das ist schon, das ist schon auf jeden Fall, da kann man fast sagen, das ist somit die interessanteste Klasse. Ja. Wenn ich dann irgendwie 50 Klassikathleten da sehe und eine Masters Olympia mit solchen Namen, da weiß ich ganz genau, wo ich lieber einschalten würde. Auf jeden Fall. Anti-Aging ist dann angesagt. Das ist alles nur auf TRT natürlich dann. Das war tatsächlich auch die letzte von einer Vielzahl an Fragen heute. Hast du noch was auf dem Zettel, was du loswerden möchtest? Ich glaube, ich bin auch durch. War viel, oder? Wir haben alles beantwortet, hoffe ich. Eins haben wir ja noch offen mit den Schnittdrüsen, das werde ich dann hoffentlich recherchieren bis zum nächsten Mal. Hast du es notiert? Alles selbstverständlich. Ja, alles klar. Da freue ich mich, weil vielleicht habe ich ja recht gehabt. Das wird mein Ego ein bisschen pushen. Hier in diesem Wissensfachgesimpfel, wo ich teilweise einfach bloß mit offenem Mund da sitze. Ich hoffe, ich sitze nicht wirklich mit offenem Mund da hier die ganze Zeit, aber vielleicht hätte ich auch mal was gewusst. Ja, wir schauen mal. Wir schauen. Auf jeden Fall können wir dann nach sehr viel Mehrwert den Schlussstrich ziehen und ich würde auch sagen, mit zwei Stunden bei so vielen Fragen sind wir sehr gut in der Zeit. Stellt gerne auch hier unter dem YouTube-Video schon mal eure Fragen fürs nächste Mal. Wenn ihr sonstige Anregungen habt, auch das gerne als Kommentar. Lasst eine Bewertung auf Spotify da, iTunes, folgt uns, folgt der Martina, folgt dem Fitchein-Profil auf Instagram, Links dazu in der Beschreibung und in diesem Sinne, schön war's, danke Martina für deine Zeit. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Mir auch, wie immer und in diesem Sinne, das war's mit einer weiteren Episode des Garnicus Podcasts. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.